Heute geht es um die Entwicklung von Röstkurven, wie Spezialitäten Kaffeeröster rein aufgrund der Eigenschaften bestimmter Rohkaffees ihre Röstkurven entwickeln, also ihre Röstrezepte im Prinzip und alles aus ihren Kaffees herausholen. Das Video ist ein bisschen ein anderes Video, es ist ein hochgeladenes Webinar mit den Kollegen von Cropstar, das ist ein Hersteller von einer Röstsoftware, unter anderem einer Röstsoftware, welche die Röstkurve anhand des Temperaturverlaufes während der Röstung ausliest und visualisiert. Mit diesen Kollegen haben wir ein Webinar durchgeführt. Dabei waren vier Röstereien, welche erfolgreich beim Filterkaffee-Wettbewerb dem Kaffeepanel teilgenommen haben. Gemeinsam mit Jonas und Philipp und diesen vier Röstereien sprechen wir über die Entwicklung ihrer Röstkurven und erarbeiten heraus, worauf sie achten, wie sie erfolgreich sind und wie sie mit ihren Rohkaffees umgehen. Ich übergebe jetzt gleich einen Jonas von Cropstar, der durch das Webinar moderiert. Es wird vielleicht ein bisschen nerdig, denn das Ganze ist eigentlich ein Webinar für Röstereien. Dennoch fanden wir es so spannend, dass wir es euch hier zur Verfügung stellen wollen. Viel Spaß damit! Willkommen im Webinar. Die Top-Röstungen, das Kaffeepanel aus den letzten zwei Editionen, also der Lateinamerika- und der Afrika-Edition, präsentiert von Cropstar. Mein Name ist Jonas Sutter. Ich bin bei Cropstar verantwortlich für unsere Kunden und Partner im deutschsprachigen Raum. Das Webinar heute ist ein gemeinsames Projekt mit den Kaffeemachern und dem Kaffeepanel. Das Kaffeepanel ist ein neues Wettbewerbsformat für Röster im deutschsprachigen Raum. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, darüber sprechen. Aber viele, die heute zuhören, haben es vielleicht mitverfolgt. Die Verkostungsergebnisse und Platzierungen werden immer direkt im Anschluss in einem Webinar präsentiert. Im heutigen Webinar möchten wir ausgewählte Röster hinter den Cafés vorstellen. Wir sprechen mit Ihnen über die Rohkaffee-Auswahl, die Profilentwicklung, den Röstprozess und den Zusammenhang mit dem Verkostungsergebnis. Wir möchten das Ganze gemeinsam analysieren und diskutieren. Ich freue mich, dass vier Röster aus den letzten zwei Kaffeepanel-Runden zu Gast sind heute. Sie gewähren uns einen exklusiven Einblick in Ihre Arbeitsweise und vor allem in die für das Kaffeepanel verwendeten Röstkurven. Ich werde Sie gleich vorstellen. Vorab schon mal vielen Dank an die vier Gäste, an die Röster für Ihre Bereitschaft, diese Einblicke mit uns zu teilen. Wir haben eine tolle Gruppe an Top-Röstereien hier am Start und das ist sicher keine Selbstverständlichkeit, an so einem offenen Format teilzunehmen. Es trifft aber genau den Gedanken von uns bei Cropster, von den Kaffeemachern und auch von dem Kaffeepanel. Nicht nur mit dem Webinar, sondern generell möchten wir Röstern der gesamten Kaffeeindustrie eine Plattform bieten, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und ja, ich denke, es ist keine Neuigkeit. Gerade in Corona-Zeiten war die Möglichkeit für persönliche Treffen, zumindest im letzten Jahr, sehr selten. Wir möchten deshalb auch hier beim Webinar den Austausch für alle Teilnehmer öffnen. Es gibt ein Chatfenster, das findet ihr, ich denke, am unteren Rand von euch am Bildschirm. Das Chatfenster könnt ihr öffnen und gern auch schon während dem Webinar laufend Fragen reinposten. Ich werde die Fragen dann am Ende des Webinars aufgreifen und in einer Frage-Antwort-Runde in dem Q&A mit den Teilnehmern hier, mit unseren Gästen besprechen. Als erstes freue ich mich, den Philipp Schallberger vorstellen zu dürfen, der heute an meiner Seite der Co-Host ist im Webinar. Er ist Geschäftsführer bei den Kaffeemachern in der Schweiz, er ist Leiter der Kaffeemacher Rösterei. Außerdem dreht er ziemlich viele wirklich empfehlenswerte Kaffee-Videos zu allen möglichen verschiedenen Kaffee-Themen, die man auf dem Kaffeemacher-YouTube-Kanal findet. Er ist Schweizer Baristameister, Arabica Q-Grader und, das trifft sich besonders gut, einer der Juroren des Kaffee-Panels. Philipp, hallo. Hi zusammen, hi Jonas. Genau, ich hatte die Ehre, alle Kaffees verkosten zu dürfen und das war wirklich spannend, dass extrem viele verschiedene Kaffees waren. Zuerst noch danke an alle Röstereien, die heute mit dabei sind, dass ihr auch so offen seid und über eure Profile sprechen möchtet und zeigt, wie man rösten kann und davon sicher ganz viele lernen können. Danke an Cropster, dass ihr das Ganze hostet und ja, dass wir hier mitmachen können, einerseits in dieser Funktion als Kaffeemacher und andererseits eben auch Kaffeepanel. Ich würde gerne noch kurz zum Kaffeepanel ein paar Worte sagen. Du hast ja schon die Einführung gemacht, Jonas. Aber ich glaube, das Wichtigste am Kaffeepanel ist es ja, die Grundidee war, ein unabhängiges Format zu schaffen. Und das haben Benjamin Holmann und Gloria Pedrosa hatten mal etwas zu viel Kaffee zusammengetrunken und dachten, das wäre jetzt die Möglichkeit, jetzt das zu tun und dieses unabhängige Format wirklich für Röstereien zu öffnen. Es ist wirklich ein Rösterei-Wettbewerb und die beiden sprechen auch immer wieder von einer Bühne. Also, dass wirklich dieses Format eine Bühne sein soll, um Kaffees zu präsentieren, aber vor allem um das Handwerk zu zeigen, was eigentlich verschiedene Röstereien machen. Es soll aber vor allem nachvollziehbar sein. Also nachvollziehbar in dem, dass die Kaffees, die da eingereicht werden, die dann eben auch erhältlich sind. Und da geht auch die Kritik an andere Wettbewerbe, dass es oft fantastische Kaffees gibt, aber es ist schwierig, die dann zu Hause irgendwie nachzubrühen. Und ich glaube, der schönste Moment war unter anderem nach der ersten Ausgabe, dass am Tag nach der Rangverkündigung, da gab es viele Postings von Menschen, die irgendwo in einen Kaffeeshop gingen und genau diesen Kaffee getrunken haben, dann gesagt, ja, der ist wirklich lecker. Und ich glaube, um das geht es. Also wirklich, um das zu sehen und zu prüfen, ja, da gibt es zwar so ein Panel, bestehen aus acht Q-Gradern, die sagen, okay, der Kaffee ist jetzt so und so gut, aber schmeckt das dann am Schluss auch. Und ich glaube, das ist das Ehrlichste, was man machen kann bis jetzt, zu zeigen, hey, das kann am Schluss jeder selbst überprüfen. Es wird transparent bewertet. Wir werten das aus in einer Live-Session. Und das Lustige ist, in dieser Live-Session, da machen dann auch immer viele Leute mit und folgen dem. Und wir reden nur über Kaffee und niemand kann es in dem Moment nachprüfen. Und trotzdem sind da immer viele Leute mit dabei. Das macht großen Spaß und ich freue mich jetzt wirklich, hinter die Kulissen zu schauen mit den ganzen Röstereien hier, warum die Kaffees so schmecken, wie sie geschmeckt haben. Cool. Danke, Philipp, schon mal fürs dabei sein. Jetzt will ich die Bühne eröffnen für unsere Röster, für unsere Gäste und sie nicht länger warten lassen. Als erstes ist dabei der Philipp Weller von den Günther Coffee Roasters aus Freiburg. Er betreibt seit über sechs Jahren ein Café und hat sich dadurch, wie er mir erzählt hat, immer mehr in Richtung Specialty-Kaffee entwickelt. Auch über die Teilnahme an mehreren Cup-Tasting-Meisterschaften ist der Geschmack, die Qualität des Kaffees immer mehr in den Fokus gerückt. Bis er dann vor dreieinhalb Jahren die Günther Coffee Roasters mitgestartet hat, hat sich dann als Autodidakt ins Rösten eingearbeitet. Und Philipp Schalberger, du hast, habe ich gesehen, die Günther Coffee Roasters als Röstpunks bezeichnet in einem der Videos. Vielleicht kommen wir da später dann drauf, wenn wir uns die Röstung vom Philipp anschauen, warum das so ist. Bin ziemlich gespannt. Der Philipp Weller röstet jetzt seit zwei Jahren hauptverantwortlich bei den Günther Coffee Roasters. Philipp, hallo, schön, dass du dabei bist. Hi, hallo, auch von mir. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und bin ja hier einer der, eine sehr kleine Rösterei und für mich ist das ganz spannend, auch meinen Beitrag dazu zu leisten. Ich finde, das Coffee Panel Format natürlich hat mich sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass das stattfindet. Wenn die Kaffeemacher irgendwas ins Leben rufen, dauert es nicht lang, dann versuchen wir da irgendwie dabei zu sein. Wir sind auch nicht weit weg von Basel, hier in Freiburg. Und genau, da hat es gepasst. Und ja, danke, dass ich dabei sein darf. Danke, Philipp. Als nächstes möchte ich den Carsten Beuters begrüßen von der Röstbar aus Münster. Die Röstbar gibt es seit 2003 und Carsten hat mir erzählt im Vorgespräch, er ist eigentlich fast seit Anfang an dabei, hat also die ganze Entwicklung der Röstbar mitgemacht über die Jahre, hat als studentische Hilfskraft dort angefangen und hat sich dann schleichend nach und nach dem Röster angenähert und ist derzeit mittlerweile zehn Jahre der Hauptröster bei der Röstbar. Hallo, Carsten. Hallo, ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Macht immer Spaß, sich mit anderen Kollegen auszutauschen. Gerade so detailreich wie heute ist es natürlich besonders spannend. Und ja, diese Sache mit dem Coffee Panel ist auch aus meiner Sicht eine hervorragende Idee. Okay, ein super Projekt. Cool, danke Carsten. Weiter geht es nach Hamburg zum Sebastian Kors und Elbgold. Der Sebastian ist eigentlich gelernter Koch, hat dann aber vor acht Jahren bei Elbgold angefangen, war auf einer Kaffeereise nach Äthiopien dabei und ich glaube, von da an hat er gewusst, vom Kaffee kommt er nicht mehr so schnell los. hat dann, auch da ganz schöne Geschichte, glaube ich, vom Tellerwäscher bis zum Headroaster sich weiterentwickelt und hat mittlerweile, wie er mir erzählt hat, 35.000 Röstungen auf der Röstmaschine bei Elbgold abgespult. Steht im Moment kurz vor seiner Q-Grader-Prüfung. Sebastian, hallo. Ja, hallo. Mit der Q-Grader-Prüfung, das ist ja im Moment nicht so einfach, denke ich mir. Ja, das ist erst mal on hold. Das machen wir halt einfach, wenn es wieder soweit ist. Aber zum Glück ist ja irgendwie keine Durststrecke jetzt hier mit dem Coffee Panel. Ist ja irgendwie ganz toll, dass wir in dieser Zeit halt trotzdem irgendwie miteinander uns irgendwie netzwerken können, an solchen Sachen irgendwie teilhaben können. Und ja, 35.000 Röstungen waren gar nicht ganz ich alleine. Das habe ich neulich nochmal ausgerechnet. Also ich habe 20.000 davon gemacht. Und die Anna hat dann einen anderen Röster von uns gemacht. Genau, aber tatsächlich nach der ersten Äthiopien-Reise war dann wirklich alles verloren. Ich glaube, wenn man einmal in einem Kaffee-Land war, dann kommt man davon auch nicht mehr los. Dann bleibt man eigentlich fast für immer im Kaffee-Business. Cool. Hört sich gut an. Danke, Sebastian. Wir hören noch mehr nachher von dir auf jeden Fall. Auch über einen äthiopischen Kaffee in dem Fall. Und es geht weiter mit dem zweiten Schweizer in der Runde, der Dario Stuck. Danke, dass du dabei bist. Dario hat sechsjährige Erfahrung als Headbarista. Ist Schweizer Cup-Tasting-Meister 2019 geworden. Im letzten Jahr 2020. Dritter bei der Schweizer Cup-Tasting-Meisterschaft. Bei Hinnauer Kaffee ist er seit drei Jahren Headroaster und verantwortlich für die Qualitätskontrolle. Er röstet selbst alle Specialty-Coffees bei Hinnauer. Und willkommen in der Runde, Dario. Dankeschön. Danke für die Einladung. Schön, dabei sein zu dürfen. Und ja, bekannte Gesichter zu sehen und neue Gesichter kennenzulernen. Und ja, Sebastian habe ich gerade letzte Woche gemeldet. Und jetzt sind wir da im gleichen Panel-Diskussion hier über unsere Kaffees. Und ja, macht Spaß, dabei sein zu dürfen. Und danke schön. Schön. Ja, wenigstens treffen wir uns virtuell. Und schön auch, dass so viele Teilnehmer dabei sind. Ja, das ist wirklich cool. Ich bin überrascht. Ich finde es richtig toll, dass da so viel Interesse ist über, ja, die wissen wollen, wie wir hier vorgegangen sind. Und ja, freue mich. Dankeschön. Danke, Dario. Ja, spannend auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein mit dem Philipp Weller von Günther Coffee Roasters. Du hast mir vorab erzählt, bei euch ist ja die Geschichte, wie ihr zu dem Kaffee gekommen seid, besonders spannend. Erzähl uns doch mal bitte, wie eigentlich euch der Kaffee gefunden hat. Und ein bisschen noch was zur Kaffee-Verarbeitung, warum ihr dann den Kaffee letztlich eingekauft habt und auch fürs Kaffee-Panel ausgewählt habt. Ja, wir haben in dem Fall den Kaffee angeboten bekommen von unserem Freund Nikolai Fürst, der in Kolumbien lebt und auch Kaffee nach Europa bringt, aus Kolumbien. Und es war aber kein normaler Kaffee, auf normalem Wege gekauft, sage ich mal, sondern der war schon in Europa und wurde in Europa abgelehnt. Aufgrund der starken Fermentation hatten die Kaffeebohnen Verfärbungen. Also sie sind teilweise sehr weiß gewesen. Und der lag dann in Europa und dann war die Frage, was passiert mit dem Kaffee? Und dann hat Nikolai sein Netzwerk gefragt, wer hätte Interesse, wer ist mutig und kauft quasi für einen kleinen Preis, für die Unkosten, die schon entstanden sind, mehr oder weniger diesen Kaffee. Okay, und dann wurde der aufgeteilt unter, ich glaube, fünf, sechs Röstereien in Deutschland. Wir haben auch einen Teil bekommen. Ich glaube, es waren 120 Kilo, ich weiß gar nicht genau, also nicht viel. Und haben den blind gekauft, ohne ihn vor Ort zu verkosten. Ist ja auch keine wahnsinnig große Menge. Aber wir haben gedacht, passt bei uns gut rein. Wir können immer mit kleinen Lots arbeiten, weil wir eben auch viel in kleinem Rahmen arbeiten, sage ich mal noch. Und ja, und dann kam der bei uns an. Und wir haben den aufgemacht und waren ganz gespannt. Erst mal geschaut, was der Kaffee so an Feuchtigkeit und so hat. Und unsere Messgeräte haben auch schon komische Sachen angezeigt. Die kamen nicht zurecht. Mein Feuchtemessgerät ist jetzt nicht das Beste, aber es war auf jeden Fall überfordert. Wir waren weit außerhalb der Range, die es normalerweise hat. Und ich habe die weißen Bohnen gut erkennen können. Also es war auch vom Bohnenbild her wirklich sehr, sehr wild, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann haben wir die ersten Röstungen gemacht. Und es war geschmacklich, also auch beim Grading, also als wir es angeschaut haben, war eben nicht genau klar, sind da Defekte dabei oder nicht. Es war eben nicht so einfach zu sehen. Dann haben wir die ersten Sample-Röstungen gemacht, haben den verkostet und konnten rein geschmacklich, außer ein komplexes Aroma, keine Defekte feststellen. Und das hat uns natürlich erst mal sehr gefreut. Und dann kam das Kaffeepanel. Und wir haben überlegt, mit welchem Kaffee können wir teilnehmen. Und wir hatten in dem Moment auch gar nicht so viel zur Auswahl. Die Bedingung, dass der Kaffee im Nachhinein auch Kaufbau sein muss, hat unseren anderen Kolumbien- oder anderen südamerikanischen Kaffee, den wir in dem Moment hatten, ausgesondert. Und so mussten wir mit dem antreten, mehr oder weniger. Und zum Glück haben wir das gemacht. Und ja, genau. Cool. Cool. Also ein richtiger Glückstreffer im Nachhinein, kann man sagen. Bayern. Ja, also der Kaffee stammt ja von Diego Samuel Bermudez von der Finca El Paraiso in Kolumbien. Und mittlerweile, also jetzt, ich weiß nicht, ob es mir jetzt erst auffällt, weil ich jetzt selber mit einem Kaffee von der Finca gearbeitet habe. Aber in den letzten Tagen oder auch in den letzten Wochen sind mir extrem viele Kaffees von der Finca El Paraiso über den Weg gelaufen. Also wirklich weit verbreitet aktuell. Und das zeigt ja auch, was für eine Qualität man von ihm bekommen kann. Und ja, genau. Und in dem Fall nochmal kurz zur Aufbereitung, Philipp. Ihr habt ja an der Kategorie Divers teilgenommen, Lateinamerika-Edition. Ja. Wie wurde der Kaffee aufbereitet? Also grundsätzlich gilt er als natural. Aber als ich den Aufbereitungsprozess gelesen habe im Tech-Sheet, ist mir auch bis heute jetzt noch kein Erweiterer in so einer komplexen Weise begegnet. Allein schon die, also es sind, ich lese das mal vor, weil auswendig habe ich das nicht am Start. Aber auf jeden Fall 88 Prozent vollreife Kirschen, 12 Prozent mittelreife Kirschen. Anschließende Säuberung mit ozonisiertem Wasser der Kaffeebohnen und Mikroorganismen zu entfernen oder möglichst wenig an der, also möglichst zu kontrollieren nachher. Und dann 168 Stunden Fermentation mit einem Ratio von zwei Kilo Kaffee Kirschen pro Liter Wasser bei 17 Grad. Und dann werden die entpulpt, die Kirschen. Und in der zweiten Phase dann aerob, also ohne Wasser, für 48 Stunden nochmal bei 19 Grad. Und die Trocknung mit 30 Prozent Luftfeuchtigkeit, die dann eben auch kontrolliert stattfindet. Und dann eben bis zur normalen Restfeuchte von 10, 11 Prozent. Wobei mein Messgerät dann am Ende hier was anderes angezeigt hat. Aber das hat für uns dann auch keine Rolle gespielt, außer dass wir das Profil dementsprechend anpassen mussten. Gehen wir mal zur Röstung über, Philipp. Mit welcher Röstmaschine hast du den Kaffee geröstet? Du hast schon Feuchtemessgerät erwähnt. Mit welchen weiteren Tools arbeitest du als Röster? Letztendlich, also wir arbeiten mit einem Gießen 15 Kilo Gießen Röster. Wir rösten maximal 12 Kilo. Allerdings unsere besonderen kleinen Badges rösten wir mit 5 Kilo Badges. Und haben da eigentlich genug Spielraum, genug Energiereserven, um da halt dann entsprechend für uns passende Profile fahren zu können. Wenn wir mit 12 Kilo Badges rösten, dann ist es schon sehr an der Grenze, was die Energiereserven angeht. Deswegen rösten wir oft eben lieber mit kleineren Badges. Geht natürlich nur bei kleineren Single-Rösten-Kaffees, wo wir eh nicht so eine Masse produzieren wollen. Genau. Und ansonsten, ja, wir messen halt die Feuchtigkeit. Wir messen nach der Röstung die Farbe im gemahlenen Zustand des Röstkaffees. Und das ist dann unsere Qualitätskontrolle, den Rest oder beziehungsweise die Haupt, das Wichtigste bei uns ist definitiv dann halt das Cupping. Also wir verkosten alle unsere Röstungen, zumindest nicht die, die jetzt für die Blends, die werden nur ab und an verkostet. Aber alles, was Single-Rigion-Filter-Kaffee, Single-Rigion-Espresso verkosten wir jeden Badge und vergleichen und passen dann an. Genau. Wie gehst du an so einen neuen, jetzt in dem Fall auch recht unbekannten Kaffee heran? Und welche Rohkaffee-Informationen spielen da für dich bei der Ausgangsröstkurve, dann bei der Auswahl von der Röstkurve eine Rolle? Ja, also Bohnengröße, Bohnendichte, Feuchtigkeit, das sind eben die klassischen Merkmale, nachdem ich dann aussuche. Ich habe zwei Jahre, also wir rösten seit drei Jahren. Seit zwei Jahren mache ich das hauptverantwortlich am Röster. Und ich kann eben auf mein Repertoire zurückgreifen, was ich schon geröstet habe hier. Versuche dann was Passendes rauszufinden, wobei ich natürlich dann eine gute Hilfe mit Cropster habe. Kann dann aussuchen, wo sind die Daten, die ungefähr zu dem neuen Kaffee passen. Und dann geht es los, dass ich mit unserem eCover Sample-Röster vorher Samples röste. Das mache ich auf verschiedene Weise, mit verschiedenen Energieprofilen, sage ich jetzt mal. Und das verkosten wir. Und dann kann ich aus der Kombination der Sample-Röstungen und der vorangegangenen Röstkurven, die ich aus alten oder von vorherigen Röstungen von ähnlichen Cafés habe, aus der Kombination suche ich dann mein erstes Profil aus. Ich habe zusätzlich zu Cropster noch eine Excel-Tabelle, ganz oldschool. Und habe da ein paar Werte und Daten im Überblick, wo ich dann sozusagen mein Match finde, die ich in meinen Röstkurven habe. Und so starte ich dann die erste Kurve. Und glücklicherweise, es wird natürlich immer besser, treffe ich dann auch relativ schnell das, was ich mir vorgenommen habe. Ob das dann nachher gut ist, sehe ich dann bei den Verkostungen. Ja, schau wir mal rein in deine Röstkurve vom Kaffeepanel, würde ich sagen. Gerne. Ich würde hier mal schnell rüber. Führ uns doch mal bitte durch die Röstkurve, Philipp. Und was war dein Ziel jetzt bei der Röstung von dem Finca El Paraiso Kaffee? Also als wir genau diesen Kaffee die ersten Male verkostet haben nach den Sample-Röstungen, haben wir eigentlich, ich finde, stark fermentierte Kaffees haben immer eine Eigennote von Fermentationsgeschmack, nenne ich das jetzt mal. Je nachdem gibt es dann die Möglichkeit, dass das stark im Vordergrund steht. Ich mag es lieber, wenn man es versucht, so ein bisschen einzubetten im Geschmacksprofil. Und es war tatsächlich so, dass wir den Kaffee gerüstet haben und wir uns entschieden haben, den als Espresso auszugeben am Anfang, weil wir die Fermentation sich vor allem auf die Cremigkeit ausgewirkt hat, also auf den Körper des Kaffees. Und das hat uns total beeindruckt. Das war als Espresso, war das wirklich so eine Sahne-Creme und das war einfach super angenehm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, für uns ist das erstmal ein Espresso. Da die Singleton Espresso hier bei uns relativ hell gerüstet sind, kannst du die auch normalerweise gut als Filter trinken. Und im Laufe der Zeit haben wir dann daraus eigentlich einen Omni-Roast entwickelt. Also wir haben dann das noch so ein bisschen angepasst, dass wir weniger, ein bisschen weg vom Espresso hin zum Filterkaffee. Und das war dann im Endeffekt die Kurve, die wir auch eingereicht haben. Und ja, also ihr seht, wir rösten bei mir die, was mir aufgefallen ist bei der Darstellung hier. Ich gehe davon aus, dass das dann die Rate of Rise auf 60 Sekunden eingestellt ist, wenn ich das richtig sehe. Genau, ja. Kann ich aber auch umstellen. Ja, kein Problem. Nur ich, bei mir ist es halt von der Anzeige, ist ja nur eine Anzeige-Geschichte, genau. Also wir laden die Energie, wir laden den Röster auf mit Energie und lassen dann bei einer bestimmten Temperatur, in dem Fall waren es, glaube ich, 185 Grad. Ja, also das, bis hier sagt es jetzt 188,7, aber viel genauer kann man das, glaube ich, meiner Meinung nach nicht treffen. Das ist halt dann immer so ungefähr. Lassen wir den Kaffee ein, dann nehmen wir Energie weg beziehungsweise bleiben auf einer Energie, in dem Fall jetzt bei 10 Prozent. Und wenn der Kaffee die erste Energie bekommen hat vom Röster, dann geben wir das Maximal an Gas in der Gesamtzeit dann dazu. Also in dem Fall waren wir jetzt bei 35 Prozent, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, genau. Genau. Und dann, ja, dann rösten wir bis zu, bei uns, ich habe das mal irgendwann aufgeschnappt. Für mich war immer die Frage, wann ist Farbänderung, wann ist First Crack? Und das war mir immer sehr ungenau. Und ich habe mich da lange schwer getan und für die Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Profilen. Und da fand ich das irgendwie eine gute Sache, das irgendwie festzulegen. Und so haben wir das bei unseren Kaffees eigentlich allen festgelegt, dass ich die Farbänderung bei der Bodentemperatur von 140 Grad logge und den First Crack bei 200 Grad, weshalb man unten im Modulationsdiagramm und jetzt zum Beispiel bei der Entwicklungszeit von 8 Prozent nicht davon sprechen kann, dass es 8 Prozent sind, weil der First Crack eigentlich bei uns zwischen 195 und 196 Grad beginnt. Und, genau, also deswegen ist bei mir die erste Phase der Röstung immer bis 140 Grad, die zweite Phase zwischen 140 und 200 Grad und am Ende die Entwicklungszeit dann ab 200 Grad bis zum Rauslassen der Boden, also bis zu meiner gewünschten Endtemperatur, sage ich mal. Genau. Das heißt, du nimmst eigentlich die zwei Parameter immer fix, oder? 140 Grad den Farbwechsel, 200 Grad den First Crack und variierst dann in der Zeit, die es braucht, um die Temperaturen zu erreichen. Für mich ist das einfach eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Kaffees und verschiedenen Röstungen, die es mir dann vereinfacht. Ich kann dann halt auch verschiedene dichte Kaffees und verschiedene große Kaffees, die vielleicht eine leicht unterschiedliche Zeit haben, wenn die anfangen zu cracken, also First Crack, und kann trotzdem die Kurven einfach besser für mich vergleichen. Und, ja, das hat sich für mich jetzt so bewährt. Ich mache das seit, ich schätze mal, so ein Jahr ungefähr mache ich das jetzt so und bin damit sehr zufrieden. Und der Vorteil für mich als kleine Rösterei noch, ich kann, ja, mittlerweile röste ich auch nochmal ein bisschen anders. Ich habe vor zwei Monaten, drei Monaten ungefähr, habe ich nochmal ein bisschen was umgestellt. Und, ja, und dann kann ich das halt immer anpassen. Und bei uns gewinnt immer der Geschmack. Das heißt, wenn wir was ändern und wir verkosten und finden es besser, fließt das im Endeffekt dann auch weiterhin in unsere nächsten Profile somit ein. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, Philipp. Im Unterschied jetzt zu den ersten Röstungen von dem Kaffee, wenn der dann in die Produktion geht, das Profil entwickelt am Anfang auf Mikawa, geht in die Produktion, wie schaffst du es dann, die Qualität so konstant weiter zu rösten? Im Endeffekt versuche ich, die Röstkurve von Anfang an schon relativ gut zu treffen. Also das bedeutet, ich mache mir vorher Gedanken, wie ich denke, also anhand der Sample-Röstung, was möchte ich erreichen, was möchte ich betonen? Möchte ich die Säure betonen oder weiß ich, in dem Kaffee ist sehr viel Säure vorhanden, muss ich die vielleicht ein bisschen minimieren? Und aus diesen Parametern entwickle ich dann eben die erste Kurve. Und dann im Endeffekt ist es dann so, dass dann im Endeffekt noch die Details geändert werden. Also ich versuche dann jetzt nicht, wenn ich in die Produktion gehe und ich röste dann das erste Mal, dann ist es nicht so, dass ich dann denke, okay, beim zweiten Badge ändere ich alles und probiere, ob es so besser ist. Nein, ich bin schon auf einem relativ guten Weg und versuche dann dort im Detail lieber zu arbeiten. Also zum Beispiel verlängere ich die Entwicklungszeit ein bisschen, gucke ich, dass ich vielleicht die gleiche Endtemperatur, aber in ein bisschen kürzerer Zeit erreiche oder so. Also das sind dann eher Details, die wir dann herausarbeiten. Und wie kontrollierst du die Konstanz deiner Produktion, also die laufende Qualitätskontrolle? Bevor ich die erste Rüstung mache und ich mir festlege, also natürlich ist für mich auch vorher klar, möchte ich ein Espresso rüsten, möchte ich ein Filter rüsten. Wir versuchen, so wenig wie möglich Omniros zu haben. Wir wollen schon Cafés auch als Espresso so rüsten, dass sie, sagen wir jetzt mal, nicht nur mit High-End-Equipment extrahierbar ist. Deswegen ist jetzt aktuell meine Meinung, kann sich immer erinnern, aber aktuell meine Meinung, dass die Espresso-Rüstungen einfach ein bisschen mehr entwickelt sind. Und bei einem Filterkaffee kann ich da ein bisschen heller gehen. Und deswegen, ja, also wenn ich das weiß, dann lege ich vorher schon fest, was für eine Range von Farbtemperatur ich am Ende erreichen möchte. Also auf meinem Farbmessgerät habe ich eine Range, wo bei uns die Filterkaffees ungefähr liegen und wo die Espresso liegen und das versuche ich dann zu treffen. Wenn es dann einmal festgelegt ist, dann ist das ein Mitkontrolle. Also erstmal, dass wir natürlich jeden Batch kappen und einfach verkosten. Gemeinsam, das machen wir meistens mit unserer, wir haben noch eine Angestellte, die Sandy, die rüstet sehr viel bei uns und mit ihr zusammen kappen wir dann oft im Team und kontrollieren, haben wir das Ziel erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Stimmt die Farbtemperatur, ja, das ist dann im Endeffekt die Qualitätskontrolle. Danke. Schauen wir uns mal, der Kaffee wurde ja von der Kaffeepaneljury mit 87,53 bewertet. Schauen wir uns mal die Analyse an und Philipp Schallberger in dem Fall, du hast den Kaffee ja verkostet. Was ist dir denn so noch im Gedächtnis geblieben vom Geschmacksprofil? Ich frische mein Gedächtnis ein wenig auf, indem ich auf meine Notizen schaue, was ich da alles geschrieben habe. Aber der Kaffee war sicher, der ist sicher auch rausgestochen, weil der extrem aromatisch war. Also insofern, der einfach sehr viele subtile, verschiedene Noten hatte, von sehr fruchtigen Noten, sehr üppig fruchtigen Noten zu Kaugumminoten, zu schweren floralen Noten. Ich sage dem auch immer gerne so alte Damenparfüms, also meine Großmutter hatte so ein Parfüm, so richtig schwer und dann trotzdem wieder so was leicht Zitrisches, also wirklich von bis. Also unheimlich eine hohe Komplexität und der ganze Raum duftete irgendwann nach diesem Kaffee. Also das war sicher sehr komplex. Dann, was ich aber auch, und das hat Philipp auch erwähnt, also spannend fand an diesem Kaffee war die Textur. Es war wirklich, die war sehr schön herausgearbeitet, die war sehr, sehr weich. Und gleichzeitig aber, es kann es ja sein, dass diese, eine schwere weiche Textur kommt, entweder davon, wenn wir gewisse, sagen wir, die Mittelteil der Röstung vielleicht etwas strecken, oder aber der Kaffee ist eben super gut sortiert und mit sehr reifen Kirschen wurde gearbeitet, sodass wirklich da die Süße sich dann transformiert in eine weiche Textur. Und ich glaube, das war sicher der Fall, denn die Röstung war ja eher sehr hell. Das war wirklich ein Night Roast. Und deswegen war auch die Intensität der Aromen, die war nicht super hoch. Und auch der Nachgeschmack war jetzt nicht extrem lang, aber es war alles sehr transparent. Und das war eben da. Jetzt haben wir das in einem Cupping verkostet. Da sind Attribute etwas leichter, als wenn wir das als Filterkaffee brühen würden. Und da hat man halt schon gesehen, also das ist ein Filterkaffee. Also da brüht jemand für Filter und da röstet jemand für Filter, was ja auch die Idee ist dahinter. Und im Cupping war das dann alles aber sehr subtil. Und der Kaffee war, ja, sehr, sehr vielschichtig. Vielleicht noch etwas dazu, was du gesagt hast, Philipp. Also diese Kaffees von der Finca El Paraiso, die waren echt in den letzten zwei Jahren sehr verbreitet. Und das ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Produzenten, die auch die Möglichkeiten haben, extrem viele Dinge auszuprobieren und eine große Reichweite haben. Jetzt, was du sagst, mit diesen speziellen Fermentationen, also 88 Prozent, ich habe es ja aufgeschrieben, sehr reife Kirschen und 12 Prozent mittelreife Kirschen. Ich wage zu behaupten, dass der Grund ist, dass es einfach nicht nur reife Kirschen braucht, da du auch etwas mehr Säure brauchst am Schluss. Sonst hast du eigentlich nur die Süße. Und dann kreierst du aus mehr Süße ganz nur üppige Fermentationsnoten. Aber wenn die Kirschen nicht ganz reif sind, dann kommt noch etwas mehr Säure rein, was eben auch diesen üppigen Kaffees echt gut tut. Und das hat man hier gemerkt, dass einerseits die intensiv üppige Aromatik bei einer sehr klaren, weniger komplexen, aber sehr klaren, sauberen Säure. Ich hätte eine Frage an dich da, Philipp. Du hast gesagt, Vergleichbarkeit ist sehr wichtig. Das ist uns ebenso wichtig. Deswegen habe ich das auch in meinem Video gesagt, ihr röst Punks. Also ihr habt eine andere Brille auf, wenn ihr röstet. Und das finde ich spannend. Es gibt ja Tendenzen, die schauen ziemlich orthodox auf den First Crack und die Entwicklungszeit und einer dauernd abfallenden Rate of Rise. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ist dir das eigentlich völlig egal. Du hast andere Standards. Und deswegen finde ich das spannend, dass man irgendwie trotzdem ans Ziel kommt. Wie viele Kilos habt ihr denn benutzt, um diese R&D zu machen? Also nach wie vielen Batches konntest du sagen, jetzt ist der Kaffee da, wo du ihn haben möchtest? Ja, also in dem speziellen Fall muss ich mich jetzt auch erstmal noch daran erinnern. Aber ich behaupte dadurch, dass wir ihn am Anfang eben als eher in die Espresso-Richtung, also sehr helle Espresso-Röstung, geröstet haben, würde ich sagen. Also ich habe mir den Verlauf nochmal angeguckt von den Röstungen, die wir gemacht haben. Und ja, also fünf Batches ungefähr, würde ich sagen. Dann waren wir in dem Bereich, wo wir, wo ich jetzt sagen würde, das ist so, wie wir es dann letztendlich fast bis aufs Detail eingereicht haben. Also da sind dann bestimmt nochmal zwei, drei Kleinigkeiten geändert worden. Wir haben auch das Problem, sage ich mal, dass wir extrem abhängig sind von Außentemperatur. Wir haben leider keine klimatisierten Räume mit Luftfeuchtigkeitskontrolle und allem, was man so haben kann. Das heißt, wenn draußen warmes Wetter ist, muss ich die Röstkurve anders kontrollieren, als wenn es draußen kalt ist, wenn der Röster kalte Luft ansaugt. Und ja, dementsprechend ist auch nicht eins zu eins die Röstkurve bei uns immer nachzufahren. Und über die Lauf, über das Meer, also wenn wir jetzt einen Kaffee haben, sagen wir mal über ein halbes Jahr, dann ändert sich die Referenz dieser Kurve in diesem halben Jahr bestimmt vier, fünf Mal. Und zwar nicht nur auf Geschmacksebene, also wenn ich was am Geschmack ändere, sondern auch beim nächsten Badge, wenn es jetzt kühler draußen wird als Beispiel, dass ich da eine Röstkurve habe, die der Realität mehr entspricht und ich das nächste Mal eine Kurve habe, die ich besser nachfahren kann. Und die Vergleichbarkeit vielleicht dazu nochmal, also eben diese Phasen, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn ich jetzt die Entwicklungszeit oder wenn ich die zweite Phase der Röstung anpasse und vielleicht bestimmte Sachen betonen möchte, dann habe ich mit diesem Logging von 140 Grad und 200 Grad einfach eine extrem genaue Kontrolle und kann dann da auch drauf einfach reagieren. Ja, ganz spannende Einblicke, Philipp, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten über jede Röstung hier wahrscheinlich ein eigenes Webinar machen und da uns noch mehr reinsteigern in die Analyse. Wir werden am Schluss nochmal alle Röstungen dann anschauen und die diskutieren. Jetzt würde ich gerne unseren nächsten Gast bitten, den Carsten Beuthers von der Röstbar, uns über den Rohkaffee, was zu erzählen, den Sie verwendet haben, aus Guatemala, von der Finca Vizcaia, die Verarbeitung von dem Kaffee und warum ihr diesen Rohkaffee ausgewählt habt, um beim Kaffeepanel dabei zu sein. Ja, hallo. Das ist eine gute Frage. Der Kaffee begleitet uns schon mehrere Jahre. Das heißt, der gehört eigentlich in unser Sortiment als Stammkaffee, sage ich mal. Seit 2018 haben wir den im Sortiment und er ist auch sehr beliebt. Und für uns war es einfach auch mal eine super Gelegenheit, ihn professionell bewerten zu lassen von der Jury. Klar machen wir Cuppings und bewerten unsere Kaffees selber, aber in so einer Konstellation ein Feedback für einen Kaffee zu bekommen, ist ja auch eine einmalige Gelegenheit, die einmal für uns interessant ist und natürlich auch für den Farmer oder auch den Importeur. Also alle in der Kette haben davon ja Informationen, die wichtig sind. Das heißt, in dem Fall, das war ein Kaffee, den ihr regelmäßig, jedes Jahr im Sortiment habt, war jetzt insofern nichts Besonderes ausgewählt für das Kaffeepanel, sondern ihr wolltet wirklich mal so einen Kaffee, der bei euch wiederholt im Sortiment ist, professionell bewerten lassen. Ja, also natürlich ist es schon ein besonderer Kaffee, finde ich. Aber wir haben jetzt nicht extra einen ausgesucht, um den beim Panel einzuschicken, sondern einen aus unserem bestehenden Sortiment. Woher kommt der Kaffee? Erzählt euch nochmal kurz bitte, wie der Kontakt zustande kommt. Ja, den Kaffee beziehen wir von Los Amigos, Marcos und Christina aus Guatemala, von der Finca Vizcaya. Es ist so ein bisschen auch wieder eine eher zufällige Sache gewesen. Der Marcos stand bei uns auf der Matte und hat gesagt, er hat tollen Rohkaffee, wir kannten uns halt überhaupt nicht. Und als Röster, ihr kennt das wahrscheinlich alle, passiert sowas relativ häufig, dass einem Kaffees angeboten werden aus dem Nichts. Aber irgendwie ist die Gelegenheit so günstig gewesen, dass wir uns zusammengesetzt haben, sind ins Plauschen gekommen und letztendlich haben wir die Kaffees probiert und waren von Anfang an eigentlich sehr überzeugt davon. Und so ist es dann gestartet. Und seitdem, also seit 2018, Mitte 2018, haben wir jedes Jahr wieder von der Finca Vizcaya den Kaffee im Sortiment und wollen das auch gerne weiter fortführen. Und in dem Fall war es im Wurst-Kaffee. Also ihr wart in der Kategorie Wurst Lateinamerika dabei beim Kaffee-Panel. Ihr röstet auf einer Kirsch und Mauser UG 22. Ich nehme an, da habt ihr auch den Kaffee oder die Röstung fürs Kaffee-Panel drauf gemacht. Du hast mal erzählt, ihr habt auch einen Robert-Muster-Röster. Ich nehme an, wenn ihr einen neuen Kaffee bekommt, röstet ihr den ersten Mal auf dem Muster-Röster? Auf welche Parameter achtest du da, welche veränderst du, um das Röstprofil zu entwickeln? Genau, die Muster rösten wir auf einem Pro-Bart-Muster-Röster, der so ein bisschen oldschool ist. Das heißt, die Parameter, die für mich da entscheidend sind, sind eigentlich natürlich die Gesamtröstzeit. Und dann spielen wir immer ein bisschen mit der Entwicklungszeit vom Crack-Riss zum Ende. Danach erstellen wir Verkostungsprotokolle. Und es ist eigentlich nur eine Basis. Also man kann von dem Pro-Röster jetzt nicht wirklich übertragen auf die große Maschine, auf die UG 22. Aber es ist immerhin ein guter Anhaltspunkt. Man erkennt schon die Eigenschaften des Kaffees, die für mich wichtig sind. Wie schaffst du es dann, die Röstkurve, die du auf dem Pro-Röster entwickelst, auf die große UB 22 abzustimmen oder zu übertragen? Also wir entwickeln nicht wirklich eine Röstkurve auf dem Pro-Röster. Es geht da eigentlich nur darum zu erkennen, was für Eigenschaften der Kaffee hat. Und klar, dass die ersten Röstungen auf dem Großen sind dann, wenn es wirklich ein ganz, ganz neuer Kaffee ist. Von mir aus einer aus einem Ursprungsland, den wir noch nie hatten, mit einer neuen Aufbereitungsart. Das ist immer so ein bisschen ein Blindflug. Und natürlich kann da auch mal ein bisschen was nicht so optimal laufen. Aber in diesem Fall war es ja jetzt ein Kaffee, den wir schon länger im Sortiment haben. Und wo wir uns auch in dem Fall dann auf die Röstkurven der vorherigen Ernten verlassen haben. Oder als Grundlage genommen haben. Zusammen dann mit der Proberöstung kommt man dann zum Ergebnis. Jetzt hast du mir ja im Vorfeld zwei Röstkurven geschickt. Die kann ich jetzt gleich mal aufrufen und dann können wir uns die beiden im Vergleich anschauen. Ja, genau. Genau, hier sind die zwei jetzt auch nochmal für dich, Carsten. Also die rote Kurve in dem Fall ist die Röstkurve, die ihr dann auch verwendet habt für die Kaffeepanel-Röstung. Genau. Ja, erzähl doch oder erklär mal bitte kurz, was ihr da oder was du da verändert hast, angepasst hast. Und was war der Unterschied zwischen den zwei Röstkurven? Ja, warum jetzt, genau, warum zwei? Als du mich gebeten hattest, die Röstkurven dir zu schicken, ist mir aufgefallen, dass bei den beiden, also wir haben auch zwei Röstungen gemacht, die wir quasi für das Kaffeepanel einsenden wollten. Also eine von den beiden sollte es werden. Und da ist mir aufgefallen, dass die Kurven fast identisch sind. Also das hat man ja eigentlich sehr selten bei Röstkurven, dass sie wirklich bei kleinsten Werten so übereinander liegen. Und in dem Fall war bei uns, bei der ersten Röstung, die es halt nicht geworden ist, das ist hier jetzt die blaue, gab es einen etwas harschen Geschmack beim Cupping, den ich dann versucht habe, durch Reduzierung der Endtemperatur zu optimieren. Es war wirklich nicht extrem, nur ein ganz kleines Detail. Aber ich glaube, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass teilweise schon ein, zwei Grad weniger in Temperatur sowas verändern können. Ja, es ist echt ein minimaler Unterschied. Also ich habe jetzt mal in die zwei Röstkurven ein bisschen reingezoomt und am Schluss sind es, ja, bei der roten Kurve, die es letztlich geworden ist, 195,7 Grad und bei der anderen 198,3. Das heißt, den Unterschied hast du eben bei der Verkostung direkt ausgeschmeckt. Ja, es gab halt ein negatives Detail bei dem Kaffee, was uns, also ich habe nicht alleine verkostet. Wir machen es halt meistens im Team, weil mehrere Meinungen auch oft, ja, das Ziel führen, da würde ich mal sagen. Und es hat irgendwas, irgendwas hat uns gestört. Und dann habe ich halt nochmal probiert, quasi die Röstung identisch zu rösten, nur mit einer gängeren Endtemperatur. Was in dem Fall eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Ja, schauen wir uns mal die Röstkurve dann an. Also das wäre jetzt die. Genau. Hast du da jetzt im Verlauf noch Anpassungen vorgenommen bei der Röstkurve? Im Vergleich zur ersten. Ja, genau. Die Entwicklungszeit, mit der hast du, glaube ich, experimentiert. In dem Fall ist die Entwicklungszeit tatsächlich gleich. Also was ich einfach gemacht habe, ist in der Mitte der Röstung einfach ein bisschen weniger Energie zuzuführen, um dann am Ende die geringere Endtemperatur zu erreichen. Die Entwicklungszeit ist tatsächlich, also ich glaube, sogar auf Kommastelle gleich. Was war dein Ziel bei dem Kaffee generell? Du hast das schon angesprochen, durch eigentlich die Variation von der Endtemperatur, hast du den Kaffee ein bisschen cleaner gemacht, die dezente Säure deutlicher hervorgebracht? Ja, durch die Reduzierung der Endtemperatur, genau, ist er nach unserem Geschmack ein bisschen cleaner geworden und ausgewogener, was für uns auch die Stärke dieses Kaffees ist. Also beim Cupping ist aufgefallen, dass er sehr ausgewogen ist. Und das war auch das Ziel, mit der Röstung zu erreichen. Einen sehr ausgewogenen Kaffee mit einer hohen Balance, der jetzt vielleicht nicht eine mega krasse Säure hat oder eine total krasse Süße, aber der in der Tasse super ausgewogen kommt und halt die Eigenschaften im Gesamtbild gut einbettet. Ja, schauen wir uns mal das Verkostungsergebnis an. Und Philipp, ich würde dich auch bitten, wieder deinen Input zu geben als Jurymitglied und Verkoster des Kaffees. Also man sieht ihn hier. Da ist der Kaffee von der Röstbar. Der Vergleich spielt jetzt keine Rolle. Ich glaube, man kennt auch die Übersicht hier von der Kaffeepanel Homepage. Und da ist noch ein Screenshot davon drauf. Und genau, Philipp, wie hast du den Kaffee wahrgenommen und in Erinnerung? Ja, vielleicht auch kurz auf der Kaffeepanel-Website. Da sind ganze Texte dazu, zu diesen Kaffees. Und es wird noch mal präzise darauf angegangen, wie wir da bewertet haben, was wir für Dinge gefunden haben. Ich kann das extrem gut verstehen, was Carsten da gesagt hat. Auch das mit diesen zwei Röstkurven. Also dass die eine, die etwas kühler, mit weniger Endtemperatur war, war, dass das dem Kaffee noch etwas geholfen hat. Denn der Kaffee war wirklich sehr balanciert. Und ich glaube, wenn ich hier auch schaue auf die Balance-Core von allen Juroren und auch meinen hier, das ist wahrscheinlich das, was viel überzeugt hat. Es gab keinen Attribut, das wirklich ausgeschert ist. Jetzt im Vergleich zu Kaffee von den Günther Coffee Roasters, der halt in der Aromatik extrem war, gab es hier kein einziges Attribut, das extrem war. Aber eben hat alles extrem gut zusammengepasst. Also, und ich meine das nicht abwertend. Ich meine einfach ein leckerer Kaffee. Und vielleicht müsste ein Kaffee nicht immer so extrem sein, sondern einfach in sich stimmig. Und das war dieser Kaffee. Was man gemerkt hat, ist sicher so eine entwickeltere Süße. Also das war jetzt keine sehr leichte Röstung. Und es überrascht mich jetzt auch nicht so, wenn ich das Profil sehe. Es ist ja eher so ein längeres Profil für Filterkaffee. Und das ist auch mit einem großen Röster geröstet. Ihr habt eine Entwicklungszeit von knapp 18%. Das sind schon eher längere Zeiten. Und wenn wir die Rate of Ries anschauen, die ist ja wirklich immer abfallend bis fast auf null. Also sehr flach hinten raus. Und so mit diesem Ansatz, Filterkaffees zu rösten, das kann man nicht mit jedem Kaffee machen. Also da gibt es Kaffees, die versagen dann einfach, denn die werden zu röstig oder die werden dann fast ausgefüllt. Also muss im Umkehrschluss der Rohkaffee hier echt super sein, dass man den Kaffee so strecken kann und dass es dann eben so balanciert wird. Wie gesagt, der Kaffee hat echt Spaß gemacht, so zu trinken. Und das ist so ein Kaffee, den ich jeden Tag trinken könnte, der einfach so, und ich meine das wirklich nicht abwertend, so normal lecker ist. Also du weißt, was ich meine. Ich verstehe das auch nicht abwertend. Im Gegenteil. Also genauso, wie gesagt, ist ja schon eine Weile bei uns im Sortiment und genauso ist auch die Ausrichtung dieses Kaffees. Er gefällt viel, hat aber trotzdem Nuancen, die ihn, ich sage es jetzt mal negativ, nicht langweilig machen. Und das ist wirklich die Stärke dieses Kaffees. Und so muss man das sehen. Und um nochmal auf die Röstkurven zurückzukommen, klar, du hast vollkommen recht. Und nicht alle Filterkaffees werden bei uns in dieser Art und Weise geröstet. Vielleicht noch ein Stichwort nochmals zur Skalierbarkeit. Das ist ja wirklich spannend. Wie kann man eigentlich Profile von einem kleinen Röster auf einen größeren übertragen? Vielleicht gar nicht. Vielleicht, weil die Energiezufuhr, die kommt ja nicht nur vom Röster, sondern auch aus den Bohnen selbst. Und wenige Bohnen geben weniger Energie ab. In einem 50-Gramm-Ikawa-Badge zum Beispiel. Und in einem 30-Kilo-Badge geben mehr Bohnen mehr Energie an andere Bohnen weiter. Und da hat wahrscheinlich jede Rösterei ihren anderen Ansatz. Und ich kann das auch verstehen, dass du gesagt hast, wir haben nicht wirklich ein Sample-Röstprofil, das wir entwickeln, sondern es gibt andere Anhaltspunkte. Und das ist ja das, was auch Philipp vorhin gesagt hat. Und ich glaube, als ich so die Antworten von den anderen beiden Röstern auch gelesen habe, da hat jeder sein eigenes System und orientiert sich an Dingen, die, glaube ich, viel mehr sensorisch sind, aber weniger profilmäßig im Sample-Röster. Also wir machen das auch. Wir haben verschiedene Sample-Röstprofile und übertragen aber die nicht eins zu eins auf den grösseren Röster, sondern wir orientieren uns sensorisch an gewissen Anzahlspunkten und wissen dann, wie wir das umzusetzen haben. Aber ich kenne ganz wenige Beispiele, die das wirklich eins zu eins skalieren können. Vor allem auf Trommelröstern. Bei Luftröstern ist es tendenziell möglicher. Ganz spannendes Thema, glaube ich, Philipp, was du jetzt ansprichst. Und wir kommen auch nachher nochmal drauf im Verlauf des Webinar, wenn wir zum Beispiel mit dem Dario sprechen. Du hast was angesprochen, Carsten. Es ist euer Ziel gewesen, mit dem Kaffee jetzt auch eben so einen ausgewogenen, ausbalancierten Kaffee zu rösten. Wie wäre das jetzt euer Ziel und auch die Anpassung an eure Zielgruppe und an eure Konsumenten mit einem Kaffee aus Afrika zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz allgemein? Ist ihr da ein bisschen eine andere Herangehensweise und Ziel bei der Röstung? Ja, klar. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was jetzt Afrika, ob es jetzt Äthiopien ist oder Kenia. Kenianische Kaffees zum Beispiel sind ja bekannt für Johannisbeer, Rote Beeren, Rhabarber. Eine ausgeprägte Säure. Und solche Kaffees versuchen wir schon daraufhin dann auch zu rösten. Also die müssen, natürlich ist es immer schön, wenn ein Kaffee ausgewogen ist. Keine Frage, aber in dem Fall ist es vielleicht schöner, wenn andere Eigenschaften eher herausgehoben werden, wie halt irgendwie diese Fruchtsäure. Das heißt, wir würden die Röstzeit verringern, die Entwicklungszeit, um zu versuchen, das herauszufiltern oder zu verstärken. Schauen wir nochmal abschließend auf die Bewertung der Kaffee-Panel-Jury. Du hast ja gesagt, ihr verkostet auch regelmäßig, auch mit mehreren Personen im Team. Also wir sind meistens vier. Stimmt die? Stimmt die, ja. Also wir bewerten die Bewertung, würde ich jetzt sagen, vom Kaffee-Panel, so mit eurer Einschätzung überein oder gab es da Überraschungen? Nee, Überraschungen nicht. Also um ehrlich zu sein, bewerten wir jetzt auch nicht immer mit Scores, sondern auch immer so ein bisschen einfach, sage ich mal. Aber klar, nee, große Überraschungen gab es jetzt hier nicht. Was mich wirklich sehr freut, ist, dass die Balance so krass positiv bewertet wurde. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch als die Stärke des Kaffees ausgemacht haben. Und so gesehen passt es sehr gut. Cool. Danke, Carsten. Ja, ich danke. Kommen wir nach Hamburg und reisen auch bei der Kaffee-Panel-Edition jetzt von Lateinamerika weiter nach Afrika. Sebastian, ihr wart ja beim Kaffee-Panel in der Kategorie Divers dabei, mit einem schon recht, in meinen Augen zumindest, besonders aufbereiteten Kaffee. Bitte gib uns doch mal einen kurzen Einblick in den Kaffee, den ihr hier am Start gehabt habt. Wie seid ihr zu dem gekommen? Wo kommt der her? Warum habt ihr den ausgewählt? Alles klar. Also mit den Produzenten des Kaffees arbeiten wir schon länger zusammen, seit 2017. Und wir kaufen jedes Jahr eigentlich einen Container Kaffee von denen. Die Frage ist halt immer, von welcher Washing Station und wie viele Säcke von welcher Aufbereitung. Und von der Ernte gab es halt das allererste Mal Anerobe-Lots. Und die haben wir dann natürlich gekappt. Und die Menge war, das war auch ganz gering. Es gab da, glaube ich, irgendwie drei, vier verschiedene Lots, immer fünf Säcke pro Lot. Und wir waren gleich irgendwie so angetan von den Lots, dass wir die halt einfach gekauft haben. Haben wir ganz normal bei uns mit in den normalen Containern gepackt. Und die dann erstmal nach Hamburg gebracht. Und dann kam ja quasi, ich habe das in der ersten Runde gar nicht so richtig mitbekommen oder zu spät mitbekommen mit dem Kaffee-Panel. Und dann haben wir uns für die Afrika-Edition angemeldet. Und dann halt nur noch überlegt, nehmen wir einen gewaschenen Kaffee oder halt den Aneroben. Und wir wollten aber auch dieses Thema mal so ein bisschen voranbringen. Und vor allem aber auch zeigen, was die Produzenten in Äthiopien alles können. Also oft werden wir auch teilweise so ein bisschen unterschätzt. Aber die arbeiten da gerade auf der Washing-Station. Die ist in Siedermow oder in der Benzer-District. Bombe heißt das Dorf. Und die auf der Washing-Station machen wirklich super professionelle Arbeit. Und deswegen haben wir den eingekauft und nach Hamburg gebracht. Das war für uns auch spannend. Ich glaube, wie für viele andere Röstereien auch, ist so dieses anerobe Thema eher noch so ein bisschen Neuland. Das heißt, man muss sich da mal so ein bisschen reinfinden. Was genau macht das eigentlich mit den Bohnen? Und wie muss man da auch in der Röstung drauf eingehen? Und das war halt super spannend, das mal irgendwie herauszufinden. Und ich kann ja einfach mal noch ein bisschen was über den Kaffee erzählen. Das habe ich mal rausgesucht. Was ja ganz lustig ist, es wird ja oft so ein bisschen zusammengefasst in Äthiopien. Also die Varietät wird ja auch zusammengefasst und als Herrlum oder Kurume bezeichnet. Aber ganz oft haben die tatsächlich irgendwie auch so einen Zahlencode. Und das ist jetzt 7, 4, 1, 5, 8. Tatsächlich heißt die Varietät. Die heißen ja alle so. Und ich glaube halt einfach, weil es sich nicht so gut vermarkten lässt, fasst man das ja oft irgendwie zusammen. Und ansonsten wurden bei dem Kaffee ganz normal nach dem Ernten zuerst die Floaters entfernt. Und danach wurde halt für 120 Stunden, also fünf Tage lang, diese anerobe Fermentation gestartet. Und das so, wie man das aus vielen anderen Ländern eigentlich auch kennt. Also in einem Plastikbarrel, da wird da oben diese Plastikpipe eingedreht. Der Sauerstoff wird rausgeholt. Da wird das Ganze ja mit Wasser gefüllt. Und dann ist es ja so ein Schutz, dass halt kein Sauerstoff von außen in die Tonne gelangen kann. Und es gab keine zusätzlichen Aromenträger oder so, wie man das vielleicht auch manchmal durch manche Processings hört, sondern das war wirklich 100 Prozent natürlicher Kaffee. Und die haben natürlich während dieser fünf Tage dann halt immer verschiedene Werte genommen. Meistens nimmt man da den pH-Wert und auch den Zuckerwert, also das BRICS-Level. Und die haben das so lange fermentieren lassen, bis sie halt einen pH-Wert von vier hatten. Also was halt irgendwie von sieben neutral Ausgangslage schon wirklich sehr gering ist. Das heißt, es ist ein enorm hoher Säuregehalt. Und nach den 120 Stunden haben die das dann ganz normal erstmal einen Tag auf einem African-Bad direkt unter der Sonne getrocknet bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von 35 Prozent. Und dann wirklich lange getrocknet unter Schattennetzen für 39 Tage. Das hat da super lange gedauert. Wirklich wichtig war den, und es ist, glaube ich, tatsächlich, auch wenn man Naturals aufbereitet, die haben halt tagsüber die Kirschen ausgebreitet, sodass die Sonne gleichmäßig trocknen konnte. Alle halbe Stunde, beziehungsweise Stunde während der bisschen kühleren Tageszeit wurden die Kirschen gewendet. Und dann bei Nacht wurden die Kirschen alle eingeholt. Das heißt, so gab es überhaupt gar nicht erst die Gefahr, dass Kondenswasser entsteht und diese Kirschen sich voll Kondenswasser ziehen. Genau. Und dann wurden sie im Anschluss noch gepulpt und im Warenhaus quasi ganz normal verstaut. Also viele Schritte sind echt eigentlich eher Standard bei einer Natural-Aufbereitung, nur halt diese gezielte anaerobe Fermentation. Und was es da halt gerade sehr spannend macht bei dieser anaerobe Fermentation, ist ja quasi, man schläft in luftdichten Raum und fördert so ja quasi das Wachstum von Mikroben, die halt unter Ausschluss von Sauerstoff trotzdem wachsen können. Also dieser Stoffwechsel dieser Mikroben wird ja angeregt. Und dadurch entstehen ja halt hauptsächlich Milchsäuren und halt auch noch ein paar Häfen. Das heißt, der Rohkaffee bekommt halt zusätzlich viel Säure, zusätzlich viel Milchsäure, was eigentlich ja eher ungewöhnlich ist für den Kaffee. Und dadurch entsteht natürlich hinterher, gerade nach der Röstung, halt ein ganz anderes Geschmacksprofil. Je nachdem, es gibt dann ja halt anaerobe Fermentation bei normalen Temperaturen. Das hat jetzt bei konstanten 16 Grad stattgefunden oder bei Schattenbäumen. Und dadurch verlängert man halt diese Fermentation noch ein bisschen. halt nicht zu lange, weil irgendwann kann sich das Ganze halt auch umkehren. Das kennen ja auch viele, wenn man dann halt so diesen überfermentierten Charakter bekommt oder tatsächlich dann vielleicht sogar Buttersäure entsteht, dann wird es ganz fies. Das heißt, das muss schon gezielt stattfinden. Aber dadurch, dass es halt gezielt stattfindet, können die Produzenten das wirklich kontrollieren und dadurch halt eine Überfermentation eigentlich nahezu ausschließen. Das ist eigentlich, wenn man das in größeren, höheren Quantität machen könnte, für die Produzenten viel besser machen würde. Das erstmal jetzt so zum Kaffee. Und für dich als Röster, Sebastian, du hast ja das anaerobe schon angesprochen. Recht standardmäßig, natürlich aufbereitet, aber dann eben doch die anaerobe Verarbeitung. Wie gehst du als Röster damit um zum Kaffee? Ja, das ist natürlich, ich habe es ja anfänglich erwähnt, wie mit diesen vielen Röstungen, hat man natürlich schon irgendwie so Vergleichswerte oder irgendwie, wie Carsten ja auch meinte, so ein bestimmtes Bild oder Geschmacksbild irgendwie im Kopf. Bei anaeroben Kaffees ist das natürlich erstmal gar nicht da. Das heißt, du musst natürlich sowieso erstmal das Sample rösten. Was es hinterher für uns ein bisschen einfacher gemacht hat, wir haben halt diesen Kaffee, also Bombe aus dem Dorf Bombe, halt in drei verschiedenen Versionen gekauft. Das heißt, wir haben einen Washed Lot, einen Natural und halt dieses Anaeroben Natural. Von daher habe ich jetzt einfach diesen Natural Kaffee so ein bisschen als Ausgangslage genommen und habe den auch, weil wir den auch bei uns in der Rösterei normal verkaufen, wesentlich öfter geröstet und hatte dadurch halt einfach einen viel besseren Zugang. Und da war halt die Produktion auf dem Größenröste halt aber ein bisschen einfacher. Ansonsten ist das Sample rösten ähnlich wie bei den anderen Kollegen eigentlich auch. Also wir rösten das mit dem ICAWA und die Produktion machen wir ja mit dem Probat. Von daher können wir sowieso auch gar nichts übertragen, weil das ganz verschiedene Röstsysteme sind. Was ich halt versuche beim Sample rösten, ist halt immer sehr viele Extreme auszuloten. Also einfach sich so ein bisschen dem anzunähern oder das ist so ein bisschen dieses Ausschlusskriterium eigentlich. Also ich starte immer mit der gleichen Einfülltemperatur und immer mit der gleichen Endtemperatur. Und dann gucke ich halt, ich teile das auf in drei Phasen. Also man kann ja die Trockenphase verlängern oder verkürzen, in der Mitte die Maillard-Phase verlängern oder verkürzen und halt die Entwicklungszeit. Und jeder Kaffee reagiert ja anders auf die Veränderungen dieser Phasen. Und das probiere ich letztendlich auf dem ICAWA aus. Dann wird das Ganze auch sensorisch bewertet und versucht irgendwie auf dem Produktionsröster wie nachzurösten. Ansonsten sind das eigentlich auch die Standardgeschichten. Also Feuchtigkeit, Dichte des Kaffees natürlich und auch Processing, damit man halt weiß, mit welcher Art der Energie kann ich rangehen. Also eher über die direkte Kontakthitze oder vielleicht die Lufthitze und wie hoch muss die Einfülltemperatur sein, abhängig von dem Volumen, das ich halt in den Röster gebe. Das sind so die ersten Schritte, die wir bei einer Röstung machen. Schauen wir uns gleich die Röstung an, würde ich sagen. Also ihr röstet auf einer ProBad G45, sieht man auch hier auf dem Bild, dich und die Maschine. Sonst noch irgendwelche Tools, Hilfsmittel, die du verwendest beim Rösten? Wie für dich, die Röste besonders wichtig sind? Ja, so in puncto Reproduzierbarkeit ist es tatsächlich sehr hilfreich. Wir arbeiten mit einer Siemens-Steuerung und programmieren uns da die Profile. Das heißt, sobald wir den Rohkaffee einlassen, das ist verbunden mit einem Kontaktschalter, wird halt dieses Profil automatisch abgespult. Also man kann trotzdem manuell während der Röstung auf dieses Profil eingreifen und die Parameter verändern. Aber trotzdem stelle ich nicht jedes Mal manuell irgendwie Airflow von 70% auf 75%, sondern das speichere ich ein und wird quasi nach jeder Röstung, wenn es sich dann halt einfach irgendwie lohnt, geupdatet. Führen Sie mal durch die Röstung hier, bitte. Genau. Also Einfülltemperatur ist bei 180 Grad. Das habe ich abhängig von dem Volumen gemacht. Und dann letztendlich, was bei diesem Kaffee halt super spannend ist, ist halt wirklich dieser hohe Säuregehalt. Dadurch habe ich tatsächlich in den ersten beiden Phasen, also gerade in der Trockenphase und auch in der Maillard-Phase, anders geröstet, als ich sonst bei äthiopischen Kaffees machen würde. Ich habe beide Phasen länger gehalten. Da habe ich gerade dadurch in der Trockenphase am Anfang, dadurch, dass ich sie ein bisschen verlängere, eher auf Body und Komplexität geröstet und bin halt, wie man hier sieht, mit einer sehr geringen Gasleistung reingegangen, um die Hitzeübertragung am Anfang wirklich super soft zu gestalten. Wirklich gleichmäßig zu trocknen. Und dann, ich würde schätzen, man kann das so an der Airflow-Einstellung sehen, so bei viereinhalb Minuten war die Trockenphase zu Ende. Genau, und dann, wo das wieder ein bisschen hochgeht, wo die Red or Fry so leicht hochgeht. Und dann beginnt halt letztendlich die Maillard-Reaktion. Und dadurch, dass die auch relativ lang ist, so viereinhalb Minuten Trockenphase, dreieinhalb bis vier Minuten Maillard-Phase, entsteht natürlich ein relativ weicher Körper tatsächlich, ein ungewöhnlich geschmeidiger Körper, finde ich, für äthiopische Kaffee, normalerweise rösten wir eigentlich eher auf Sauberkeit, auf feinere, säurehaltige Aromen. Und hier kann man das so ein bisschen umdrehen und halt so ein bisschen diesen Body herausrösten, weil die Säure immer noch enorm hoch ist. Und letztendlich so Gas und Airflow laufen aufeinander zu, wenn man das jetzt so sieht von den beiden Kurven her. Ja, du hast es so als zwei Treppen beschrieben, die aufeinander zulaufen, Airflow und Gas. Genau, das funktioniert hier bei dem Kaffee wunderbar. Genau, dann vorm First Crack, ordentlich mit dem Airflow hoch, aus zweierlei Gründen, natürlich halt einfach Rauchentwicklung. Und halt aber auch an dieser Stelle wollte ich den Kaffee ein bisschen weiter abkühlen. Das heißt auch, die Entwicklungszeit ein bisschen verlängern. Weil normalerweise ist es ja so, ungefähr auf Zenithis First Crack hat man ja eigentlich die niedrigsten pH-Werts. Das heißt, ich habe ja da den höchsten Säuregehalt. Wenn ich jetzt natürlich einen äthiopischen Kaffee rösten will, der ja eigentlich so von seiner Säure lebt, macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, eine wahnsinnig hohe Entwicklungszeit dem Kaffee zu geben. Dadurch, dass ich jetzt aber bei diesem Aneroben-Kaffee halt total viele Milchsäuren habe, habe ich immer noch enorm hohes Säurelevel und halt zeitgleich eine sehr hohe Entwicklungszeit. Dadurch kann ich natürlich wahnsinnig viel aus diesem Kaffee halt einfach rausziehen hinterher, weil er wirklich sehr, sehr porös ist. So das ist halt dieses Zusammenspiel und der Hintergrund der Röstung in Bezug auf den Kaffee, auf den Aneroben. Schauen wir uns gleich mal die Bewertung an oder die Verkostung, wie da rauskam beim Kaffee-Panel. Der hat ja ziemlich hoch bewertet, wir haben mit 91,89. Ja, hat uns gefreut auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich muss da kurz was sagen. Also das ist ein wirklich sehr hohes Score, aber was man noch sagen muss, das ist ja keine Q-Grader-Score. Also das ist eine andere Berechnungsgrundlage und das ist jetzt nicht Copy-Paste-Q-Grader. Orientiert sich aber natürlich an den Scores, die man auch sonst kennt oder an den Bewertungsgrundlagen. Und das ist wichtig bei Süße auch, da wir Süße quantitativ bewerten und dann noch vier Punkte dazu zählen. Heißt also, das ist nicht Copy-Paste-Q-Grade. Sonst wäre es eine Q-Grade-Analyse. Nur das, um vorauszuschicken. Ich finde es extrem spannend. Also ich fand diesen Kaffee außerordentlich. Und jetzt auch, könntest du vielleicht nochmals zurück, Jonas, so zum anderen zur Röstkurve. Ich glaube, es ist auch spannend, was du erzählt hast hier, Sebastian, wie du an den Kaffee herangegangen bist. Du hast oft erwähnt über diese Milchsäuren oder diese Lactic Acidity. Diese Kaffees sind eine Herausforderung. Also die sind einerseits eine Herausforderung. Das ist wie der erste Kaffee von den Günthers, der Finca El Paraiso. Das ist eine Herausforderung, weil die komplett anders riechen und schmecken. Die sind eine Herausforderung, weil man selber als Konsument offen sein muss und um sich Dinge zu vergegenständlichen, was da eigentlich gemacht wird. Also wie viel überhaupt mit dem Kaffee angestellt wird, bevor der eigentlich hier ist und wir wegkommen müssen von klassischen, was ist ein klassischer Natural und was ist gewaschen. Also da gibt es halt so viele Zwischenstufen, was das alles ist und diese Kaffees sind da herausfordernd. Und dann sind sie eben auch herausfordernd, wie man die rösten kann. Jetzt hast du auch gesagt, die Entwicklungszeit ist eher lang, aber du startest mit so viel Säure und mit verschiedenen Arten von Säuren. Diese Milchsäure, die kann wirklich extrem aggressiv sein, wenn die nicht wirklich reagiert und nicht wirklich entwickelt ist. Und deswegen verstehe ich vollkommen den Ansatz, hier etwas zu zähmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn hier etwas gezähmt wird, dann legt sich das auf eine dichtere, weichere Textur nieder. Und ich habe den Kaffee auch extrem als weich und dicht bewertet. Und ich fand das außerordentlich. Ich hatte selten so Kaffees aus Äthiopien, die so dicht waren, also wirklich fast auf der Zunge klebten. Und hat wahrscheinlich jetzt mit dem Ansatz zu tun, den du genannt hast und mit dieser hohen Gehalte an Milchsäure. Dann ist es aber auch so, ich glaube, wir reden hier von Kaffees, von einem Nachernteprozess von Kaffees. Das ist ja noch nicht Standard. Und wir reden hier so wie die Kaffees, so ein anaerob fermentierter Kaffee. Jetzt in anderen Gegenden der Welt ist das schon etwas ausgereifter. Und ich glaube, so in Zentralamerika kennt man das schon ein paar Jahre. Aber für Äthiopien ist das immer noch relativ selten. Und jetzt in Äthiopien starten wir halt schon auf einem extrem hohen Niveau von einem anderen Kaffee-Bild. Und jetzt kommt noch diese besondere Art der Nachernteprozesse hinzu, was den Kaffee noch anders der macht. Also einfach noch komplexer. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ich sehe das wirklich als großes Novum an. Und dass es hier gelungen ist, wirklich so präzise zu arbeiten. Denn am Schluss ist es ja kein Hokus-Pokus, sondern es ist einfach Präzision in der Arbeit, und zwar jedes einzelnen Arbeitsschrittes. Und da darf keine einzige Kirsche defekt sein. Denn bei so langen intensiven Fermentationen, wenn eine Kirsche defekt ist, dann kann die die anderen anstecken. Also wie ein fauler Apfel den ganzen Korb anstecken kann, passiert das eben gerade dann in einem Umfeld, in dem kein Sauerstoff herrscht, kann es so sein, dass dann irgendwann die Bakterien übernehmen und nicht mehr die Hefen. Und dann wird es fies, geschmacklich. Und vielleicht sogar irgendwann gesundheitlich schwierig. Und ich glaube, das wird irgendwann noch zu diskutieren sein in den nächsten Jahren. Aber eben, ein super fantastischer Kaffee. Und ich glaube, vielleicht kannst du noch etwas sagen, Sebastian, beim Rösten hier, das ist ja ein großer Röster und mit etwas weniger Chargen. Und wir sehen auch hier, das ist jetzt nicht so eine wunderbar geglättete, schöne Kurve, so in Sachen Rate of Rise auch. Aber es ist ja völlig egal. Aber wie gehst du damit um? Also gerade mit Chargengrößen, da gibt es andere Rate of Rises bei euch, die wahrscheinlich geglätterter sind. Wie verfährst du somit, wenn du jetzt das siehst? Regulierst du dann oder machst du mehr Interventionen oder bist du da ziemlich entspannt, weil du weißt, wie der Kaffee in dem Röster reagieren wird? Also generell bin ich eigentlich fast immer entspannt. Aber das mit der bergigen Rate of Rise hat auch ein bisschen was mit unserem Temperaturfühler zu tun. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Dicke der Sensors. Wie geglättet das letztendlich ist. Gerade wenn man so geringe Chargen röstet, wie hier jetzt die 18 Kilo in einem 45 Kilo Röster, muss man halt gucken, dass das Zusammenspiel von der eigentlichen Gasleistung, die ja letztendlich die Trommel erhitzt und dem Airflow ist und halt einfach rechtzeitig genug eigentlich über den Airflow röstet. Und so er dann doch schon sehr feinfühlig die Konvektion im Röster irgendwie steuern kann. Das ist eigentlich so die Herangehensweise. Das ist auch wirklich die geringste Menge, die wir rösten. Also wir gehen hoch bis 36 Kilo und in so bis 14 Minuten, gerade so die dunkleren Geschichten. Und alles Helle ist aber ungefähr so in dem Rahmen, so 20 Kilo. Aber von daher ist das eigentlich Tagesgeschäft, diese Füllmenge. Und von daher war ich eigentlich ganz locker bei der Röstung. Ansonsten, was tatsächlich auch nochmal spannend ist, jetzt nicht zu der Röstung, aber wir können da auch gerne noch weiter drüber sprechen, natürlich, aber allgemein so zu anaeroben Kaffees. Das hat natürlich auch was mit dem Land zu tun, aber tatsächlich auch mit den Varitäten. Also gerade mit anderen Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, in Nicaragua, Ronduras oder auch El Salvador. Die haben halt verschiedene Tests schon gemacht und super spannend wird es halt, wenn ein Produzent verschiedene Varitäten anbaut. Also zum Beispiel Bourbon, Etiosa, Laurinian, Pacamara und die dann tatsächlich hinterher wirklich sensorisch überprüft werden. Da lässt sich oder ließ sich bisher halt immer feststellen, dass die Säure wirklich immer zunimmt. Also Kaffees werden immer säurehaltiger, aber halt nur manche von denen zeitgleich auch süßer. Das heißt, eigentlich wird man wahrscheinlich in Zukunft bestimmte Varitäten eigentlich eher ausschließen können. Wahrscheinlich wird es sich in so eine Richtung entwickeln. Ja, manche Länder werden wahrscheinlich auch in der anaeroben Richtung so ein bestimmtes Geschmacksprofil bekommen. Aber ich glaube, dass man gerade auch eine bestimmte Art des Vorprocessings, vornehmlich natural und dann aber bestimmt auch verschiedene Varitäten genau so aufbereiten wird. Das ist halt auch spannend zu sehen. Sebastian, abschließend. Du hast es vorher erwähnt und du hast mir auch schon in unserem Vorgespräch erzählt, was ich ganz spannend fand. Ihr habt den Kaffee oder drei Lots von dem Kaffee von der gleichen Washing Station. Einmal washed, einmal natural und einmal den Anaerobik. Ihr habt den mit dem gleichen, oder du hast den mit dem gleichen Profil geröstet, verkostet. Welchen Einfluss hat denn, wer nimmt die Verarbeitung aufs Geschmacksprofil? Ja, also wir rösten die schon unterschiedlich, also gerade auch den gewaschenen nochmal. Und bei dem Natural, den Natural röste ich eigentlich einen relativ klassischen Natural L-Typiana. und der Anaerobik-Kaffee würde sich halt wahrscheinlich bei gleichem Röstprofil ganz anders verhalten. Also es wäre wahrscheinlich schwierig, daraus irgendwie vielleicht auch einen hellen Espresso zu ziehen, weil diese Säuren wirklich komplett überlagern will. Also man muss ja schon wirklich eher so ein bisschen handeln, diese Säure und halt gucken, dass es einen auch als gewohnter Hellkaffee-Trinker nicht komplett überfordert, wenn man das trinkt. Also man muss es schon einbetten tatsächlich. Man muss schon gucken, dass man die richtige Balance schafft. Ansonsten wird es auch schnell zu viel einfach. Cool. Ja, vielen Dank, Sebastian. Ja, gern. Dario, ich hoffe, du bist noch dabei. Und ihr wart ja auch beim Kaffeepanel mit einem äthiopischen Kaffee am Start aus der P14-Specialty-Linie von Henauer Kaffee. Genau. Wenn ich richtig informiert bin, kommen da nur Kaffees rein mit einer Bewertung von über 87 Punkten. Erzähl uns doch mal bitte kurz, um welchen Kaffees es sich in dem Fall handelt. Ja, wie du jetzt gesagt hast, Philipp Henauer, der Ersitzer der Henauer Kaffee Rösterei, hat diesen Level mal angesagt, dass er 87 Plus Kaffees möchte in seiner P14-Kollektion. Und ja, wir hatten ja vier Kaffees aus Afrika in unserem Sortiment zu dieser Zeit zwei Äthiopier, einer aus Uganda, Basili, dann noch aus Kenia, der Kagu Moini. Ja, und wir mussten uns dann festlegen, mit welchem Kaffee wir dieses Kaffee-Panel durchführen möchten. Und eigentlich wussten wir schon von Anfang an, was wir gerne mit dem ACFA Benza antreten möchten. Und ja, der ACFA Benza ist eigentlich so ein Kaffee aus der Region, nicht weit weg von Bombay. Auch im Bezirk ist er in der Nervestadt, daher ist die Familie gegründet. Also jetzt haben sie den Sitz. Und ja, das war eigentlich, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, der Kaffee kommt aus der Region, Benza auch, ACFA Benza und eine Washing Station, die so genannt ist, und der Produzent ACFA Ducamo aus dem Harvest 2020 und auch eine Heilung Qualität. Ist ein Red Honey, oder? In dem Fall, Dario? Ja, wir haben eigentlich, war es ziemlich klar, dass wir mit dem Kaffee gehen möchten. Wir haben alle nochmals gekappt. Das Ding war einfach, dass wir den nach C4S spät bekommen haben letztes Jahr. Mitte September, als wir den Kaffee beendet, als wir den Kaffee erst bekommen haben. Ja, und dann musste es eigentlich ziemlich schnell gehen, weil wir hatten ja das, die Vorrunde, Kaffeepanel war ja dann am 31. oder Ende Oktober, glaube ich noch. Und dann, ja, war es einfach so, Kaffee hier und loslegen. Da haben wir dann auch der Ikawa, du hast Sample geröstet und dann verschiedene Röstungen probiert dort. Eigentlich drei Profile geröstet, ein bisschen kürzer, schneller, ein bisschen eine längere Röstung, ein bisschen mehr Entwicklung als die andere und dann auch von Farbwerten mal geschaut, wohin das könnte. Ja, und dann war einfach auch noch die Geschichte, was wird verlangt jetzt bei dem Kaffeepanel und dort ist ich sage jetzt mal angesagt worden, dass die Füße ein Hauptmerkmal ist für diesen Wettbewerb und gleichzeitig hast du noch, ja, war die Idee Ok, es ist wirklich gekoppt, also rösten wir für dieses Copping, also es war so wirklich ein bisschen ja, Competition denken, dass wir eigentlich diesen Kaffee extra für den Copping geröstet haben. nicht für eine Zubereitung wie Espresso oder das Filter. Okay, ganz die Idee, ja. Nochmal kurz vielleicht, weil ihr habt ja bei Henauer Kaffee da ja auch mehrere Röstmaschinen, ihr habt die Gießen W6, Probatone 25 und nochmal große Gießen W140. auf welcher Maschine hast du den Kaffee geröstet für das Kaffeepanel? Wir haben den Kaffee auf der Gießen W6 geröstet mit einer 3 Kilo Charge und ja, als wir uns entschieden haben, also 3 Kilo ist einfach für mich ideal, da gibt es die Energie von Maschine und Kaffee eigentlich zu verbinden. In meinen Augen ist das die perfekte Batchgröße für diese Maschine. Ich habe Tests gemacht schon, wo wir die Maschine bekommen haben, im Juli 20, nein, ich denke nicht, Juli 19 mit verschiedenen Charge Größen, mit dem gleichen Kaffee und ja, am Ende des Tages muss ich sagen, okay, 3 Kilo ist ideal für Specialty . Schauen wir uns mal die Röstkurve an, ich habe sie jetzt schon aufgerufen. Du hast mir erzählt, du hältst eigentlich immer ein paar Parameter gleich, oder? Also die Starttemperatur bewegt sich ungefähr in so einem Fenster 180, 190 Grad und der Turning Point und dann experimentierst du aber viel mit einem Kaffee. Ja, also jetzt bei den, also die Frage kam ja mal, wie viele Badges das wir brauchten, um diese Röstkurve zu haben. Wir haben fünf Röstungen gemacht und ich sage jetzt mal in diesen kleinen Mengen von drei Kilo Chargen kann man sich das vielleicht eher leisten, als wenn man 30 Kilo reinhauen muss in die Maschine. Deshalb konnten wir eigentlich ungeniert ein bisschen experimentieren. Dort habe ich eigentlich für mich war es so klar durch diese Red Honey und die Erfahrung, wo ich schon mit Red Honeys hatte, dass ich in einer kurzen Röstzeit Röstzeit für mich war jetzt in dem Fall bei diesem Kaffee einfach vor einem anderen Kaffee schon die Wehe in meinem Kopf, die wirklich unter acht Minuten zu haben, weil ich doch ja für mich diesen Kaffee, den wir schon hatten, eine super Komplexität schon vorgebracht hatte. Es war auch ein Kaffee als Äthiopen dazu mal und deshalb war die Idee, dass ich einfach diese siebeneinhalb bis acht Minuten anpeile. Mit einer hohen Temperatur reingehe, aber nicht zu viel Gas, sondern ein bisschen schmeidig den Kaffee droppen lasse und dann sobald er beim Wendepunkt ist, ein bisschen wafor ihm ein bisschen Gas gebe, ein bisschen pushe und dann doch eine Power zugeben für die ganze Trockungsphase, die dann bis dreieinhalb Minuten läuft und dann ab dreieinhalb vier Minuten kam dann wirklich so Maya Phase und dann dort kontinuierlich ein bisschen rausgenommen habe Gas und auch die Power ein bisschen Maschine den Boden selber arbeiten lassen mochte und dann gegen hinten raus ab dem Zeitpunkt von Crack dann eigentlich ziemlich konstant nicht mehr allzu viel geändert habe, sondern einfach den Arrow droppen ließ dann nach in dem Moment wurden für mich sage ich jetzt mal die Entwicklungszeit schaue ich nicht in dem Moment, für mich ist das mehr der Farbwertung des Kaffees, ich wollte ihn wirklich ein bisschen light roasten, also jetzt ist kein Abtron, es ist der Tonino Wert 124, ja, und das ist jetzt, wir hatten einen Test zwischen 120 und 130 Tonino Wert, der hat jetzt dann am Schlussende haben wir alle Kaffees am gleichen Tag geröstet, diese fünf Röstungen am gleichen Tag gemacht und ja, auch ausgerechnet, wie lange dauert es, bis der Cupping-Tag ist und dann haben wir dann auch wirklich so Abtag Röstung, Tapping-Tag probiert, alle fünf Cafés, die wir geröstet haben und dann uns entschieden, dass wir mit diesem Röstprofil an diesen Wettbewerb gehen und genau ab dem Tag, wo es eigentlich die Vorrunde war, zum Finale, wussten wir nicht ganz genau, aber wir wussten, dass eigentlich dieses Profil sehr gut performt hat, in allen Belangen sehr eine Geschmacks Expansion war für in unseren Augen, wirklich sehr komplex, schwarze Johannis Erdbeeren, getrocknete Steinfrüchte, Pfirsich, florale Noten, Hagebutter bis zu Weißwein, süßen Weißwein, Mango, also es hat auch eigentlich durch das ganze Cupping Minute sieben bis dreißig eigentlich super performt und wir sind sehr happy mit diesem Röstprofil und mit dem, was der Kaffee von sich gibt im Moment. Cool, vielleicht holen wir gleich mal einen Philipp dazu, du hast ja jetzt schon das Geschmacksprofil angesprochen. Philipp, was hast du noch bei dir abgespeichert oder dir notiert bei dem Kaffee? Ja, ich glaube, das könnte man jetzt noch anführen, denn das war wirklich wahrscheinlich der komplexeste Kaffee. Also ich sehe gerade, ich habe den genau gleich hoch bewertet wie den Kaffee von Sebastian von Elbgold, also extrem hoch, weil da so viel drin ist. Also ja, ich glaube, so alle Früchte, die man kennt, sind da drin, also ein Früchtepunsch. Ja, aber ich glaube, dass das Attribut, was ich richtig spannend fand, war diese Verknüpfung von Geschmacksnoten, Süße und Säure. Und dazu sage ich gleich ein paar Worte. Aber ich wollte dir noch sagen, Dario, ich hätte dich noch krasser gefunden, wenn du diesen 3-Kilo-Badge auf dem 140-Kilo-Röste gemacht hättest, so ein totaler Blindflug und einfach mal schauen, was passiert. Kannst dir das Snacks immer machen? Ich habe etwas gestaunt, also in der Vorbereitung, als ich dieses Profil gesehen habe, dachte so, okay, das ist super schnell geröstet. Habe dann gesehen, okay, es ist ein kleiner Röster mit einem kleinen Batch, da kann man sowas machen. Aber ich habe jetzt deine Denke verstanden und ich finde das interessant, wenn du sagst, ihr habt wirklich für ein Cupping geröstet, also für diesen Wettbewerb und ich habe den ja noch als Filter getrunken. Der schmeckt natürlich auch als Filter, aber wenn das Cupping im Vordergrund steht, dann weiß ich jetzt, was du meinst, denn so habe ich gelernt, Samples zu rösten. Also ich habe Samples gelernt auf diesem kleinen Probertino, auf diesen kleinen Trommelröster und Löffel rein, Löffel raus, so habe ich gelernt, Samples zu rösten und wenn ich jetzt schaue, wenn der erste Crack kommt, ich habe immer auf 6,30 einen ersten Crack gemacht und entwickelt bis 7,40. Also eigentlich ist es, so habe ich gelernt, Samples zu rösten, wie du jetzt diese Röstung gemacht hast, auf einem richtigen Röster und ich verstehe, glaube ich, jetzt ganz gut, was du da mochtest. Jetzt zurück zu dem, was ich gesagt habe, so Geschmacksnoten verknüpft mit Süße und Säure. Woher kommt das eigentlich? Also die Geschmacksnoten waren super intensiv, also die Aromatik, also alles in der Nase, aber dann die Geschmacksnoten, was wir im Mund hatten, das war so krass und dieser ganze Punch kommt natürlich rein durch diese Kürze der Röstung. Also nicht allzu kurz, sonst wäre das zu wenig unterstützt euch da nicht süß, aber gerade so kurz, dass es einfach noch unterstützt wird durch Süße. Das Zweite ist, wo die Süße eigentlich herkommt, eben trotz kurzer Röstung, ist wahrscheinlich einfach, weil der Kaffee, der Rohkaffee brillant ist. Also da wurde wahrscheinlich das alles so richtig gemacht und auch wie beim Kaffee von Sebastian erwähnt hat, mit so viel Detail, Verliebtheit gearbeitet, dass einfach der Kaffee schon unheimlich hohen Kredit gewährt und dass es Spaß macht, mit solchen Kaffees zu arbeiten. Die Säure aber, ich glaube, die kommt eben auch von einer sehr schnellen, steilen Röstung. Vielleicht kannst du, Jonas, nochmals zurück auf das andere Profil. Also das ist so steil angestiegen am Anfang mit einer sehr hohen Rate of Ries und auch wenn die jetzt durch zwei geteilt wird, ist es immer noch super schnell und wenn man halt so einen hohen Delta T hat, also wirklich von hoch reingeht mit der Temperatur und dann schnell steigt, dann betont man auch die Säure und das hat hier echt super gepasst. Also der Kaffee war ja eben nicht säuerlich, sondern der hatte so viel Süße und die Textur, das war ein C-Define auf Schweizerdeutsch. Also das war einfach wirklich so ein Zückerle. Ich fand das sehr ungewöhnlich, also so viel Textur zu haben bei einer so kurzen, intensiven Rüstung. Ja, gut, was noch dazu kommt, wir haben ja, ich hatte das Glück letztes Jahr auch für die Schweizer Meisterschaften Kaffees zu rösen. Wir haben fünf Teilnehmer gehabt, eigentlich von Wild Honey, Red Honey, Natural. Ich durfte alles ein bisschen rösen, da gibt es auch die Freiheit, einiges auszuprobieren. Ja, und ich bin der Meinung, dass halt für diese, also für diesen Kaffee war es wirklich so, aus der Erfahrung war, ich dachte, dass ich da wirklich das Maximum rausholen kann, dass ich wirklich die Komplexität durch die schnelle Röstung, durch den hohen T-Wetter bekomme. und ja, wir haben eigentlich, das Verrückte ist, dass wir alle fünf Röstprofile eigentlich alle geil waren. Wir haben ja von jedem noch ein bisschen was da gehabt, was wir dann selber bei uns gekostet haben, gebraucht haben, gefunden haben. Und es ist wirklich dieser Kaffee etwas vom Besten, was ich selber rösen dürfte und auch wirklich mega Spaß gemacht hatte. ja, eben zu trinken aus Filter. War super cool, auch als Espresso. War es eine tolle, tolle Geschichte. Und was dann richtig geil war, war so Cappuccino mit diesem Kaffee, da war wirklich eine Pina Cola da in dieser Klasse. Und das, ja, hat Spaß gemacht. Wir haben noch zwölf Kilo. Also wenn ihr was wollt, bestellt. Und ja, dann ist es fertig, aus und dann schauen wir weiter. nach dem Kaffee. Ich nehme was, Dario, auf jeden Fall. Na, ich habe noch eine andere Frage und zwar weg von dem Kaffee jetzt eigentlich, aber weil es hier jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist und weil wir bei Cropstar auch immer wieder die Fragen bekommen, kann man ein Röstprofil oder wie einfach, wie kann man ein Röstprofil von einer Maschine auf eine andere übertragen? Ihr arbeitet bei Henauer Kaffee ja eben mit unterschiedlichen Maschinenherstellern, aber auch Größen. Röstet ihr jeden Kaffee auf allen Maschinen? Ja klar. Dumme Frage, ja, aber erzähl mal ein bisschen, wie ihr das macht bei Henauer. Die Sache ist die, also als ich dort angefangen habe, haben wir die Probat, also wir haben ein Kilo Gießen gehabt, 25 Kilo, also Probatone 25 und eine 120er Probat auch, kaputt und dann mussten wir uns ein bisschen neu aufstellen und die Idee war eigentlich, dass wir wirklich von 500 Gramm bis zu 140 Kilo rösten können, eigentlich alle Größen von Badges, weil wir auch viel Commodity Coffee machen, rösten, kommerziell rösten und ich sage jetzt mal so, nein, wir können keine Profile übertragen, das ist immer wieder eine neue Geschichte, du kannst, du hast eine Idee, die röstest du und als Specialties rösten wir eigentlich auf der 6er, also auf der Klinik 6. Dann gibt es die Ausnahme, wo wir jetzt für Coop, das ist ein Detailhandelsladen in der Schweiz, ziemlich groß, für die Menge, die sie eigentlich wollten, eigentlich ein eigenes Profil auf der ProBat 25 Kilowatt ja, eigentlich erstellt haben, wo ich der Meinung bin, dass wir das eigentlich sehr gut hingekriegt haben, ja, das ist sehr ähnlich zum eigentlichen Röstprofil an der Gießen, sehr nah hinkommt, geschmacklich, kann eine große Abweichung haben, aber trotz allem, also man merkt schon den Unterschied, ja, weil es ziemlich schwierig ist, sag ich mal so, gut, wir haben jetzt den einen, nach der sechsten Röstung haben wir dann so per Zufall eigentlich ziemlich genau den Punkt getroffen, wo wir eigentlich hin möchten und ja, und das ist dann halt wie ein Röstung, verkosten und dann gibt es halt die Verkostung zwischen der Gießen 6 und der 25er, was wir dort geröst haben, weil wir eigentlich ja die beiden Kaffees dann auf beiden Maschinen Röstung, aber wenn man es genau nimmt, ist es fast, da geht es mal nicht möglich, das gleiche Geschmacksprofil, den gleichen Kaffee zu produzieren auf zwei verschiedenen Maschinen und ja, Philipp, 140 Kilo, wenn du einen Sponsor hast, um zu auszuprobieren, lass uns das mal machen, nein, wir haben Spaß, wir haben noch das Café aus Costa Rica gehabt, noch einen Sack, also 60 Kilo, den haben wir dann dort reingehauen als Experiment und ja, ging gar nicht mal so schlecht. Aber das Weihnachtsprofil. Dari, du hast ja, du hast ja schon mal geschafft, du hast ja jetzt auch kurz angesprochen, eigentlich Profile umzustellen von der Probat 120 auf die Gießen 140. Das ist ja auch eine Batch Size, da ist jetzt nicht gerade so viel Platz für Experimente oder Fehler. Ja, das war, das war, das war so, es war vor November 19 haben wir die Gießen 140 bekommen und ja, da waren eigentlich 25 Profile umzustellen auf eine andere Maschine. Das war schon ein Challenge, mit Hilfe eigentlich von Cropster konnte ich eben, von der Energie her, G120 war so drei Starstufen, eigentlich richtig oldschool, keine Starz 1, 2, 3 und fertig ist. Ja, mit den neuen haben wir halt viel mehr Kontrolle in jedem Bereich und dann war schon die Idee, dass wir dort ja, sag ich mal, mit kleinen Badges anfangen, bringt nichts, weil du, wenn du die 100, also wenn du einen großen Badge hast, wo du viel produzieren musst, dann musst du eigentlich das Risiko eingehen und sagen, okay, wir haben 140 Kilo rein, aber es war schon nötig, dass man vorher sich Gedanken macht und ja, ich sag jetzt mal, es gab schon die eine oder die andere Röstung, die halt nicht geklappt hat, aber man muss halt wirklich wach sein, die Maschine schnell zu bestehen und das war erst die zweite Maschine von Gießen, die produziert wurde, so war es auch nicht so, dass man irgendwie, kannst du mir helfen, hast du die gleiche Maschine oder so, das war schon ein super Challenge und jetzt, ja, sag ich mal, haben wir das super hingekriegt, eigentlich mit sehr wenig Fehlern, also wenig Waste, ja, es waren eigentlich zwei Röstungen, die nicht ganz so geklappt haben, wie ich mir das vorgestellt habe, aber alle anderen sind eigentlich zum Vorprodukt, das wir vorher hatten, sehr identisch. Ja, klingt nach einer Challenge auf jeden Fall, da geht sicher mal der Puls hoch bei den ersten 140. Ja, gut, das war so, habe ich, habe auch Philipp gesagt, hey, Philipp, ja, es kann in diese Richtung gehen oder in diese Richtung gehen. Ich brauche deine Rückumdeckung und deinen Support, das einfach möglich ist und auch, dass du weißt, ich kann abkacken auf Deutsch. Okay, so, danke, Dario, für deine Einblicke und die Offenheit. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte aber auf jeden Fall jetzt nochmal schnell die alle Röstkurven aufrufen, die wir jetzt besprochen haben und die hier mal in der, in der schönen Vergleichsansicht jetzt nochmal anschauen und ja, total spannend, wie, wie unterschiedlich die Cafés geröstet wurden. Ich meine, natürlich unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen, unterschiedliche Maschinengröße, unterschiedliche Cafés, das ist ja eh klar. Ja, aber wenn man dir jetzt anschaut, Philipp, wir haben jetzt so viel Einblick und Input auch bekommen von den vier Gästen. Welche Erkenntnisse würdest du jetzt mitnehmen, auch wenn du die Röstkurven jetzt nochmal anschaust? Ja, viele Wege führen nach Rom wahrscheinlich, dass es keine eindeutige, keinen eindeutigen Röstansatz gibt. Es sind alles oder kein eindeutiges Röstprofil, es sind alles Ansätze und es ist eine Philosophie und ich glaube, was mir immer hilft und was ich in Röstberatungen auch immer predige, ist vom Getränk her zu denken, also was ist die Idee, was soll der Kaffee am Schluss eigentlich darstellen und dann dahin rösten. Also einen Espresso würde ich zumindest komplett anders rösten als einen Filterkaffee. Wir haben jetzt von Philipp Weller auf Omni funktioniert, so wie sie Espresso interpretieren, dann kommt es darauf an, wie wir Espresso interpretieren, etc. Also ich glaube wirklich, wenn man von hinten her denkt, was soll am Schluss rauskommen, dann aufs Profil zurückschließen, das macht am meisten Sinn und deswegen bin ich auch nicht so erstaunt, dass die Kurven so unterschiedlich sind, denn das, ich glaube, das ist die Realität und wie du sagst, es ist ja wirklich völlig andere Systeme, wir haben zum Teil einen 45-Kilo-Röster und einen 6-Kilo-Röster und die geben uns andere Daten raus und da müssen wir einfach nicht den Fehler machen, das zu vergleichen, aber es macht trotzdem Spaß mal zu sehen, okay, komplett verschiedene Ansätze und ich glaube, das ist das Schöne, dass das Rösten einfach so divers bleibt und schon immer war. Cool. Danke, Philipp. Ich würde noch kurz einen auf einen anderen Punkt aufmachen und zwar, wenn wir von Diversität sprechen auf das neue Kaffeepanel, da können sich jetzt gleich noch andere anmelden für die nächste Runde. Ich kann es am Schluss noch ein bisschen mehr ausführen, aber da geht es beim nächsten Kaffeepanel, da ist jetzt die Anmeldung ist offen, da geht es wirklich um Kuriositäten, sage ich mal oder es geht um Filterkaffees aus Kaffeeproduktionsländern, die pro Jahr weniger als 500.000 Sack produzieren. Das wären dann so vielleicht Länder wie Galapagos zum Beispiel, es gibt aber auch andere und Nepal und so, aber da gibt es andere Länder auch, die sehr wenig Kaffee produzieren. Also es wird so wahrscheinlich ein lustiges Cupping, glaube ich auch, sehr überraschendes, um aus Kaffee Ländern, die wenig Kaffee produzieren, Kaffees zu kosten. Kaffeepanel.org könnt ihr mal googeln und euch da schon mal anmelden. Wann findet die nächste Edition statt, Philipp, vom Kaffeepanel? Ist da schon ein Termin? Ja, genau, die Anmeldung läuft bis zum 21. Februar, die Verkostung dauert vom 19. bis 24. März und die Ergebnisse auf YouTube am 26. März. Also 21. Februar ist die, bis dahin ist die Anmeldung. Dann gibt es aber natürlich Zeit, um Kaffee zu rösten und zu verschicken. Wunderbar, es gibt wahrscheinlich, das war jetzt das erste Webinar, es gibt wahrscheinlich auch im Anschluss an das nächste Kaffeepanel wieder ein gemeinsames Webinar mit Cropster, den Kaffeemachern und dem Kaffeepanel. Ich freue mich schon drauf. Wir haben auch versprochen, es gibt am Schluss eine Q&A-Session. Wir sind schon ziemlich über der Zeit, aber dafür nehmen wir uns noch kurz Zeit, hoffe ich, und auch unsere Röster bleiben noch kurz da. Ich schaue jetzt mal schnell in den Chat. Hendrik hat gefragt, könntest du vielleicht bitte die Ablufttemperatur einblenden? Das sehe ich jetzt natürlich zu spät und ich weiß leider auch nicht, um welche Röstung es sich handelt. Was ich sagen kann, ist, dass wir aus dem Webinar einen Blogpost schreiben werden, da kommen auch nochmal die Röstkurven rein. Ich werde schauen, dass da auch alle Temperaturwerte mit reinkommen und genau, dann einfach auf cropster.com gehen, da gibt es eine Blogpost Section und da wird der in den nächsten Tagen, Wochen online gehen und alle, die jetzt hier angemeldet waren beim Webinar, die bekommen sowieso den Link zur Aufnahme von dem Webinar, wird online gestellt auf den Cropster YouTube Channel und da könnt ihr dann gerne auch nochmal Fragen drunter posten. Okay, gibt es ein kurzes Statement zum Thema Wiener Röstart? Da gab es schon mal eine Frage, jetzt muss ich schauen. wird auch über die Wiener Röstart gesprochen, also bezogen auf die konstant bleibende Temperatur nach dem ersten Crack. Philipp, die Frage muss ich an dich weitergeben, fürchte ich. Kannst du sie nochmal stellen? Konstante Temperatur? Ob über die Wiener Röstart gesprochen wird, konstant bleibende Temperatur nach dem ersten Crack? Also, ich kenne den Begriff nicht, tut mir leid, aber wenn es heißen soll, die Bohnentemperatur Crack, ich nehme mal an, wenn es das ist, dann würde ich vermuten, dass der Kaffee weniger Intensität hat und ein großes Risiko fährt, gebacken zu werden, wenn der dann nicht so nicht mehr steigt nach hinten raus. Ich kann aber jetzt nicht viel mehr dazu sagen, da mir der Hintergrund fällt, was die Wiener Röstart ist. Ich weiß es leider auch, nicht genau, wer die Frage gestellt hat. Ansonsten gern an jonas at cropster.com und dann werde ich mich schlau machen. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar an alle Teilnehmer, die jetzt noch da sind. Welche Themen würden euch denn interessieren für weitere deutschsprachige Webinare? Schreibt gern einfach kurz rein, was euch interessiert und dann gibt es hoffentlich bald ein Webinar zu dem Thema auf die Beine stellen. Würde mich freuen auf euren Input. Genau, das Webinar gibt es als Aufnahme dann auch auf dem YouTube Channel. Es kommt die nächste Kaffee-Panel-Edition. Sie wird mit einem Webinar hoffentlich auch auf die ein oder andere Möglichkeit für ein persönliches Treffen 2021. Bis bald. Ciao, Ciao, Dario.